BAM! Hardcast! Neue Woche, neues Glück, neue Folge! Willkommen! Hallo Dizzy! Ey, was geht? Wie ist es? Prima! Du hast ja auch einen Weihnachtsbaum, Alter. Ja, aber der ist bestimmt nicht so smart wie deiner. Ja, lange Geschichte, können wir gleich noch drüber reden. So smart ist der gar nicht so. Nicht? Ich höre, ich höre, ich höre, eine gewisse Enttäuschung ist da. Ja, nö, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ist okay. Ist okay. Also du kannst ja nicht so reinsterlauten, wie du vorhattest, ja? Nee, so schlau kann ich ihn leider nicht machen. Schade, woran liegt's? Wie war deine Woche? Machen wir gerade so eine Art Pre-Wipe-Event und das ist so anstrengend. Die Server laufen wie scheiße, die Leute gehen nur Hardcore-Full-Wipe-Ultra-Geared rein. Die tragen am besten drei alten Helme übereinander, weißt du? Und es macht einfach gerade wenig Spaß, mir zumindest dieses Spiel zu zocken. So jetzt gerade, obwohl ich es gerne spiele. Ja, so nämlich. Ah, okay, alles klar. Ja. Und wie war deine Woche? Äh, ziemlich gut eigentlich, muss ich sagen. Also, meine größte Sorge ist endlich weg. Mein Sorgenkind. Mein Auto. Ja. Ich hab's heute abgegeben. Äh, ja, ich hab, ähm, ich hab, äh, ja, ich hab's, bin's los. Aber wieso war denn das jetzt dein Sorgenkind, sag mal? Ich hab noch nie ein Auto gesessen. Ich weiß, wusste nicht so genau, wie das ist, das loszuwerden. Ja. Ja, und deswegen, ja, hm. Also, ich hab dir das ja vielleicht heute Morgen schon mal geschrieben, ne? Also, der, also, das erste Auto abgeben, verkaufen, loswerden, ist echt, fühlt sich doof an. Das geht, glaube ich, so ziemlich jedem so. Also, fast jedem wird's so gehen, ne? Ja, das geht halt jetzt in eine Inspektion und, äh, ich bin mir halt nicht so sicher, ob die da noch irgendwas Krasses finden, weil da ist ja natürlich, nach drei Jahren fahren, ist da irgendwo mal ein Steinchen entgegengekommen und so, und ich weiß nicht, wie pingelig die sind. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ne, ne, ja, mal gucken. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das war bei meinem letzten, äh, bei meinem letzten auch so, aber, äh, ja, ne? Ja. Es sind halt Gebrauchsschäden, so, du fährst das Ding ja halt, ne? Ich hab zum Beispiel an meiner Sommerferge hab ich eine Stelle, da ist so ein kleiner Kratzer drin. Also nichts Weltbewegendes. Ja, und da bin ich halt so... Ja, ist aber egal, wen du fragst. Weißt du, der eine wird dir sagen, so, ja, ich hatte einen Kratzer an meiner Felge, Leasingwagen musste zurückgegeben werden, da haben die gesagt, scheiß drauf, normale Gebrauchsspuren. Und bei dem nächsten war halt so ein ganz kleines Ding, so ein kleines Ding dran, so ein Katscher, und dann musste sofort eine neue Felge her. Oder es musste wieder instand gesetzt werden. Ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist bei Leasinganbietern im weitesten Sinne der eine ist da überproportional schwierig, und der nächste, dem ist das fast schon egal, in Anführungszeichen. Ja, mal gucken. Wird schon alles werden. Die Rechnung wird auf jeden Fall rosig. Bestimmt. Ja, gut, dass man noch eine Abschlussrechnung kriegt, ist ja normal. Ja, ja, klar. Ja, das Auto wird ja eh abgemeldet und so, das machen die ja alles. Das muss ja auch bezahlt. Mal gucken. Aber sonst war die Woche echt gut. Also ich hab meinen ersten, allerersten Tannenbaum aufgestellt. Äh, noch nicht final, da muss noch unten was drunter, so. Ich hätte mir aber ein bisschen mehr Krach-Boom-Bang erwartet, ehrlich gesagt, mit der Menge an LEDs. Das ist, äh, finde ich ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Aber, aber Moment mal, wir haben doch beim letzten Mal darüber geredet, da hattest du doch gesagt, 2000 LEDs, oder? Nee, nein, nee, bist verrückt. Ich wollte 600 kaufen, ich hab mich aber verkauft, es sind nur 400. Mhm. Ja. Ich hätte mir ein bisschen mehr Krach-Boom-Bang erwartet, also so, dass man blind wird. Nee. Aber ist trotzdem, ist trotzdem geil. Also für, für den allerersten, also seit meiner Kindheit, muss ich ja sagen, also mein Erwachsenenleben, so der erste Baum, ja. Und man kann damit halt echt eine Menge Scheiße machen. Mhm. Reicht doch mal. Naja, du hast halt eine App und dann kannst du halt, äh, hier allmöglichen Scheiß damit einstellen. Also, äh, ich könnte ja jetzt ein Lagerfeuer dran machen, ich könnte das Batman-Symbol darstellen lassen, also ich kann hier wirklich echt eine Menge machen. Warte. Das Batman-Symbol wäre schon geil, ne? Ja, das kann man nur leider nicht so gut erkennen. Also ich kann hier alle möglichen Effekte einstellen und hier Sonnenschein oder wie auch immer wir das jetzt nennen. Also da geht halt alles an dem Ding. Schon geil. Jetzt nochmal eine Frage. Wie, wie, wie erkennt denn welche LED, wo sie sich gerade befindet? Warte, ich mach mal kurz Lagerfeuer an. Ja, bitte. Mach mal kurz Lagerfeuer in deinem Baum. Aber ja, dann kannst du Blitze einschlagen lassen und so scheiß hier Lagerfeuer, warte. Mhm. Das heißt schon, man kann schon eine Menge Scheiße damit machen. Das finde ich aber sehr cool, wirklich. Also du hast hier, ey, wirklich tonnenweise Sachen, die du einstellen kannst. Das ist einfach crazy. Aber nicht so schön ansprechbar von außen oder wie? Ne, leider nicht. Also das Einzige, was ansprechbar ist, an und aus. Und das ärgert mich ein bisschen. Aber es ist trotzdem schon ziemlich, oh lol, jetzt ist mein Effekt weg. Also der Chat kann es leider nicht von außen angreifen. Das ist leider ein bisschen doof, weil du kannst nicht die Brücke schlagen zwischen, also das Ding ist in Home Assistant drin, da kannst du den an und aus machen, aber du kannst keine Effekte wechseln. Und dementsprechend kann Chat theoretisch den Baum nur an und aus machen, weil die Effekte werden mit der Integration in Home Assistant nicht übergeben. Und das kannst du leider nur aus der App machen. Und das ist ein bisschen doof. Ein Bummer sozusagen. Das ist ein kleiner Bummer, ja. Könnte man jetzt so sagen. Ist ein bisschen schade. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ist es eine schöne Aufwertung. Ist eine schöne Aufwertung fürs Zimmer so. Ja. Also es gibt auch noch ein Musikmodul, damit bin ich auch gerade am liebäugeln, ob man vielleicht die Alerts einfach via Musikmodul einspielt, weil das geht. Und dann quasi die Tonspur, wo die Musik rauskommt, an den Baum klemmen und dann geht der Baum auf die Alerts. Hol mal aus. Mal gucken, vielleicht geht das ja. Also dann bist du ja wenigstens bei dem, wenigstens etwas Stand, ne? Übrigens, das mit dem Sound liegt ja an Jim. Hm, Freundin der Sonne, der leckt ein bisschen. Kann sein, dass Discord heute wieder Discord ist. Äh, ich lecke ein bisschen. Ja. Okay. Du hörst so ein bisschen. Ja. Ja, wirklich. Sollte nicht sein. Also ich kann bei mir gar nichts feststellen. Hör ich mich bei dir normal an? Vollkommen normal, ja. Okay. Das habe ich die letzten Tage schon relativ häufig gehabt irgendwie. Ich komme nochmal zurück. Kannst du mich gleich mal reinziehen? Ja, ich ziehe dich sofort, ja. Hallo, willkommen zurück. Ja, ist immer noch dasselbe. Vielleicht bin ich das, aber eigentlich ist alles okay so. Ich kann ja auch nochmal rausgehen. Komm doch nochmal rein. Ganz easy. Ach so, ja, dann sollte ich vielleicht auch was sagen zum Ausprobieren, ne? Ja, nee, ist das immer noch so. Wollen wir heute vielleicht einfach schnell mal auf Teamspeak gehen oder so? Ich habe mich auch im Stream PC nicht installiert. Okay. Kann ich natürlich eben machen, aber dann hast du wieder die Sachen mit der Sicherheitsstufe und so, ne? Äh, kannst du, ja nee, dann kannst du vielleicht, dann lass mal nochmal schnell Discord allgemein neu starten. Hm. Wo ist denn der da? Okay, 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 okay. Schnell mal Wartebereich huschen. Ja, wir verstehen alles, äh, Jim. Tadellos. Hallo, willkommen zurück. Na? Ne, ist immer noch so. Ja, also das muss ja ganz klar in deinem Internet liegen. Ganz klar. Ich weiß es nicht, Alex. Kann ich dir nicht sagen, du, ob das an mir liegt. Hm. Können auch, äh, dann könnte man es allerdings nur nicht mehr als Podcast aufnehmen. Können auch einen direkten Call machen. Dann umgehen wir nämlich quasi die, äh, den, äh, den, äh, äh, dann umgehen wir nämlich quasi, dass wir über meinen Server gehen und, äh, der Einwand von Herrn Ref, dass wir, äh, äh, dass wir direkt den, ähm, äh, Server wechseln. Soweit ich weiß, geht es nicht, also man kann es einstellen, aber das macht er nicht on the fly, sondern das wird dann abgearbeitet. Wir können nochmal in meinen Discord gehen, schnell. Ja. Äh. Äh. Bin ich auf deinem Discord? Ja, ich bin auf deinem Discord. Lass uns in deinen Discord gehen, komm. Ja, geh mal in den Warteraum, dann ziehe ich dich. Ref, du auch. Bitte. Wo ist denn dein Warteraum? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Äh, Alex hat kein Teamspeak installiert. Ähm. Äh, Stuhl. Mal gucken, ist das bei mir jetzt auch so? Test, 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 hallo? Hallo, na, wie geht's dir? Ne, hier ist immer noch genau dasselbe. Hast du, du hast, du hast Teamspeak nicht installiert, richtig? Hab Teamspeak nicht installiert, korrekt. Okay. Hm. Sollte ich vielleicht schlauerweise auf dem Discord mal, auf meinem Stream-PC mal machen? Boah, das geht gar nicht. So können wir gar keinen Podcast halten. Ja, das ist, also, also, wenn ich bei dir normal bin, ist für deinen Stream supi, meiner ist eine absolute Vollkatastrophe. Also, ich versteh, ich versteh dich so, alles cool, aber, also, als wenn du zwischendurch nochmal kurz die Alien callst. Äh, ich ruf dich mal direkt an. Ja, mach mal. Ja, das hab ich die letzten Tage extrem oft schon. Okay, Jim. Hallo? Na, wie geht's? Ne, ist immer noch dasselbe. Ernsthaft? Ja. Red mal ein bisschen länger, hallo? Red mal ein bisschen länger. Ich komm mir grad vor wie bei so einem typischen Skype-Call mit einem Geschäftspartner. So, ja, kann man mich jetzt hören? Bin ich jetzt da? Ja, alles gut? Also, es ist immer noch Skype-Call-Qualität gerade. Wow. Ich hab auch auf dem Stream-PC wirklich nichts anderes installiert, ne? Also, also, mein Fehler. Aber Team-Speak brauchst du doch nur schnell die Quellen auslosen und, äh, einstellen und dann bist du auch drin, oder nicht? Wenn das jetzt eben machen, das ist kein Problem. Naja. Dann haben wir ja schon mal den Content für den ersten Moment. Erzähl mal einfach weiter, ich meld mich dann. Äh, ich muss jetzt mal gucken, wir können, auf welchen können wir dann gehen? Oh, nein. Warum hab ich das denn hier nicht drin? Dann geb ich dir einen Team-Speak-Server und dann können wir da rauf gehen. Ja, mir geht's super, Alex, soweit. Also, ich bin jetzt froh, dass das alles, äh, erledigt ist und, äh, ja. Ist alles prima, soweit. Tam-Baum ist, äh, soweit eingerichtet, also demnach alles, äh, tippi-toppi. Alles schön, alles, äh, toll. Technik-technisch ist, äh, auch wieder eine Menge passiert. Äh, ich hab, ähm, ich würde mir jetzt eben kurz abzuschauen, damit wir das Thema abschließen können. Also, bei meinem Baum ist so eine ganz, äh, schlichte RGB, ähm, äh, Lichterkette dran, die man nur mit so einer popeligen, äh, Infrarot-Fernbedienung, ähm, steuern kann. Und natürlich ist das Gegenstück, also der Empfänger ist natürlich an dem Stück, dass man, äh, die Steckdose steckt. Und das steckt mir hinter dem Regal. Das heißt, also, ich kann das von hier aus auch nicht steuern. Ich muss dann immer zur Steckdose gehen und da dann auf die Fernbedienung drücken. Und wie das halt bei vielen Sachen so ist, das geht natürlich nur, äh, wenn man, wenn man, äh, Sekunde. Ja. Also man hat halt nur diese typischen Sachen so, weißt du, so von wegen nur weißes Licht, nur gelbes Licht, farbig, äh, dann diese verschiedenen Teile, so ähnlich wie das bei, ähm, diesen, ich sag mal, begünstigen, äh, RGB-Lämpchen so ist, ne? Äh, äh, warum kann ich mein Dings jetzt nicht, äh, akustische Artefakte sind definitiv da, ja, keine Ahnung, was das ist. Chat weiß ich nicht. I don't know, kann ich ja nicht sagen. Jetzt kann ich mich bei Dings nicht einloggen, bei Teamspeak, what the fuck. Och, come on. Why you do this to me? Anse, Alex, okay. Ah, warum ist denn hier da? Ähm, Tionen, Teamspeak 101. Ähm, wir wollen... Du hörst dich so witzig an. Jetzt glaub ich dir, äh... Äh... Hallo, könnt ihr... Ey, Boys, ey, 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 ey! Raus mit deinem Kopf aus den Gummis. Magga. Du bist furchtbar. Du bist die schlimmste Spielekatze auf dem ganzen Planeten. Das sieht die Spielekatze anders. Das sieht die Spielekatze anders, ja. Äh, jetzt komm ich nicht auf unserem Discord drauf. What the fuck? Äh, Team Street Modus. Okay. So, ich richte das mal kurz ein. Aufnahmemodus, äh, automatisch. Äh, Aufnahmegerät ist natürlich Wavelink Stream. Äh, Wavelink Stream. Ähm, ich möchte den Test starten. Hallo, das sieht doch schon sehr gut aus. Sehr gut. Automatische Sprachkennung. Test beenden. Hintergrundgeräusche entfernen. Ausschalten. Echo Dämpung ganz an anderem. Scheiß auch ausschalten. Okay. Anwenden. Wiedergabe automatisch wählen. Und wir nehmen hier bitte die Lautsprecher vom Soundblaster. Ich höre nichts. Sehr gut. Ähm, ja, keine Ahnung. Hast du, habe ich einen Link von dir? Von einem Teamspeak oder so? Gebe ich dir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das da auch so ist. Ach, das muss ich jetzt eintragen, ne? Ich muss erst in die Favoriten gehen. Ah, ich liebe, ich liebe das. Ja, kriegst du einen. Naja. Ja, aber bei mir ist Discord die letzten Tage echt immer so leider. Warum auch immer. Kannst du hier? So, verbinden. Ah, I am connected. Komm mal runter. Kannst du unten rein? Hallo? Ja, ja. Ich höre dich aber nicht. Was? Auf dem Discord, äh, auf dem, warte mal, ich lege mal hier auf. Ich muss, ich muss das Audio-Gerät nochmal anders einstellen. Sekunde. Also, ich höre dich, äh, laut und deutlich. So. Ja? Hallo? Hallo, Dizzy. Hallo, hallo. Kannst du mich hören? Ich kann dich hören, ja. Oh, geil, ich höre dich endlich mal nicht abgehackt wie in der 90er-Junge. Wuhu, nice. Bin ich laut genug? Ich glaube, du bist laut genug. Reden wir mit mir. Schön, schön. Hallo? Tessa 2, 3, 12, 10.000. Kann sogar deine Lautstärke um 3,5 Dezibel anheben. Ja, ich kann deine noch, äh, irgendwie gefühlt, äh, einen Zentimeter leiser machen. Okay. Nice. Dann können wir ja endlich einen Podcast führen. Schön, Alex, dass das, äh, weißt du, das sind so Sachen, die probiert man natürlich vorher nicht aus. Nie? Wir hatten ja auch noch nie den Fall, dass Discord so viele Probleme gemacht hat. Wir haben schon mal gehabt, dass der, ähm, Audio, äh, der Videopart ein bisschen geleckt hat. Ja. Aber mehr hatten wir auch noch nicht. Ich meine, klar, also Profis hätten jetzt natürlich noch ein, zwei Alternativen, ne? Wir hätten noch einen Mumble-Server und gib ihm das volle Programm, ne? Natürlich. Wer kennt's nicht? Der gute alte Mumble-Server. Ja. Ich würde sagen, dem Ref gebe ich, äh, gebe ich, äh, einfach nachher meine Audiodatei oder meine Videodatei, ne? Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Du musst jetzt da nicht das irgendwie versuchen, zusammenzustückeln. Alles gut. Du hast hiermit heute frei und vielen Dank. Danke, Ref. Okay, lass uns doch durchstarten hier, dieses, äh, wundervolle Ding. Wir sind bei Lichterketten stehen geblieben und Weihnachtsbäumen und, äh, Auto ist weg. Was ist bei dir passiert so? Nix, Weihnachten? Also, also die Sache zu dem, zu den Weihnachtsbaum, wie gesagt, das geht nur per Infrarot-Empfänger, was es ja gibt. Also wir könnten theoretisch, da habe ich aber keinen Bock drauf. Ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, aber ich weiß, dass es geht. Du kannst ein DIY-Projekt starten, äh, mit einem Raspberry oder mit einem Adoreo oder was auch immer. Es gibt ja Infrarot-Sender, also wie so eine Art Multifernbedienung, die du kannst ja selber bauen. So. Und damit könntest du theoretisch, äh, die, ähm, Signale von dem, von der kleinen Fernbedienung, ähm, einfangen, programmieren und sagen, wenn Chat X macht, dann gibst du Y aus. Aber da der Baum fast kaum Effekte hat, macht das bei mir wirklich keinen Sinn. Also man kann den halt in so Etappen ein bisschen heller oder dunkler machen, äh, die, die verschiedenen Weißtöne, äh, durchgehen. Also weiß oder, äh, ein bisschen gelberes Licht und ansonsten ein bisschen in die Farben gehen. So, und was du jetzt nicht siehst, das swipet hier so ein bisschen durch. Manchmal ist es gelb und weiß. Man sieht. Naja, und der ist halt jetzt eher so in Richtung Kitsch eingestellt. Was ich bei dir cool finde, dass du halt den, ähm, äh, Full-AGB gehen kannst in, äh, in die richtigen, komplett grün, wie er jetzt gerade bei mir, bei dir da aussieht, ne? Und er swipet ja bei dir auch so langsam durch. Das find ich cooler. Weißt du, was daran richtig geil ist? Du kannst das Ding komplett mappen. Also du kannst jetzt mit, mit dem Handy rumgehen und der, der mappt alle, äh, der mappt alle, äh, LEDs und dann kannst du jedes LED einzeln, äh, besteuern. Okay. Oder du nimmst einfach dein Telefon, hältst das in die Mitte. Also es gibt halt so Effekte, da hast du dann in der Mitte irgendwie so eine, so eine rote Stelle und rundherum hast du so weiße Strahlen. Mhm. Und wenn du das halt mappst, so, dann weißt du halt, wo die Mitte ist und ballert das so drumherum. Ey, ich finde gestern ohne Scheiß, hab das ausgepackt. Ich dachte mir so, what the fuck? Wie geil ist das denn? Das ist aber cool. Das muss ja dann, dann muss, dann, dann muss ja quasi jede LED eine Art Sensor haben oder irgendein Ding haben, woran man erkennt, also woran das, die Distanz zum Handy ausgemessen werden kann, zumindest ungefähr. Ja. Das, äh, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ich, ja, war auch jeden Cent wert, muss ich sagen. War auch teuer, aber war geil. Nur, dass man das leider nicht integrieren kann. Also ich bin noch am, am Rumpf, wo wirken, ob ich das über zehn Umwege irgendwie auf die Kette kriege. Aber irgendwie so richtig, äh, fein und d'accord bin ich damit noch nicht. Weil die Home Assistant-Anbindung, äh, man war ein bisschen voreilig, äh, war schön. Äh. So gesehen geht es ja über Home Assistant, aber nicht, wie du es dir vorgestellt hast, sondern nur ein oder aus. Ja, genau. Man kann leider nur, äh, ein oder aus machen. Äh, was hat Refunex? Dann schicken wir mal TSIP. Dann ziehe ich das eben. Dann kann ich, äh, war auch mehr gegeben. Ah, okay, also Refunex würde dann auch gerne hier reinkommen. Der nimmt das denn hier auf. Hat er gesagt. Dann müssen wir gleich offiziell starten. Alex. Ja, gute Startprobleme heute nur. Mir ist das am Ende egal. Ja, mir ist das auch egal. Mir ist das auch, ehrlich gesagt, egal. Äh, ja, also, äh, für die Leute, die jetzt gerade fragen, die Lichterkette hat 180 Euro kostet. Und, ja, das muss man dann schon wollen, ne? Eine Lichterkette für 180 Euro, sagen wir es mal so. Ja, aber bei Licht ist es bei mir immer so, okay, let's go. Das Lichtmodul hätte ich noch ein bisschen gefeiert. Was kann das? Äh, das kann dann mit Musik halt Spaß machen, ne? Ach so. Oh, und jetzt geht das quasi nur direkt über die App, aber das Lichtmodul kann dann quasi alles im Raum direkt aufnehmen. Musikmodul meine ich. Ich meinte das Musikmodul, Entschuldigung. Das Musikmodul, ja. Ja, das ist, äh, du, ganz ehrlich, äh, ich weiß auch noch nicht so recht. Ich krieg das irgendwie, hab das nicht so hingekriegt, das Ganze in Home Assistant einzubinden. Das ärgert mich ein bisschen. Und dann auch die Anbindung andersrum ist auch irgendwie alles käsi. Ich dachte, also ich dachte, es wäre einfacher gewesen. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch zufrieden damit, was es jetzt kann, weil es ist schon schön. Ich hätte, wie gesagt, nur ein bisschen mehr Krachbumm erwartet, weißt du? Kennst du, wenn du so in nebligem Wetter, wenn du ein Auto fährst und das Licht geht an und dann hast du so, siehst du die Lichtstrahlen? So was hätte ich gefühlt. Das wäre geil gewesen. Übrigens, meine Damen und Herren, die jetzt gerade beim Podcast mit einschalten, der gute Alex und ich hatten heute ein paar Tonprobleme. Wir haben am Anfang nur ein bisschen über Tannenbäume geredet, also noch nicht wirklich so richtig fancy über dicke Sachen. Das machen wir jetzt. Und ich denke, ab jetzt läuft auch so die Aufnahme. Dankeschön an Refunex. Also ihr habt nicht wirklich viel verpasst. Hallo. Schön, dass ihr quer eingestiegen seid. So. Hallo, guten Tag. Jetzt können wir loslegen. Oh Mann. Ja, also die Geschichte mit Home Assistant, hast du vielleicht mal im Netz geschaut, ob es dafür Lösungen gibt? Vielleicht einfach nur, also oder wird es grundsätzlich gar nicht unterstützt? Ist ein geschlossenes System. Das Problem ist, dass der, also da ist vorne ein Controller dran, der liegt da hinten. Und wenn du über die App einen State einstellst, speichert der in diesem Gerät den State. Und Home Assistant kann wohl scheinbar diesen Status dieser Kette irgendwie nicht überschreiben. So laut Recherche. Mhm. Ja. Und irgendwie werden mir auch die Möglichkeiten via Home Assistant nicht gegeben. Aber da geht's ja noch nicht weiter. Ich kann, äh, ich kann auch bei Luminar zum Beispiel nicht aus Home Assistant auslesen. Da steht ja nur, es ist Home Assistant und dann kann ich den Baum ausmachen oder anmachen. Mehr nicht. Das ist, äh, ganz weird. Also so wirklich durchgestiegen bin ich da noch nicht. Aber vielleicht, man hat ja noch ein paar Jahre Zeit, um eine Lösung zu finden dafür, ne? Und wenn nicht, weißt du, dann gibt's halt nächstes Jahr einfach was anderes. Also Zeitpunkt dieser Aufnahme ist ja der 8.12. Du hast also noch ein paar Tage Zeit bis zum 24. Ich sag dir ganz ehrlich so, wie es ist. Ich finde, das ist eine Bereicherung in diesem Raum und ich denke, er wird auch länger dastehen. Er wird auch länger dastehen. Also, der Kollege hier hinter mir, äh, wird wahrscheinlich, äh, Anfang des nächsten Jahres, äh, zum, äh, von der Landjugend abgeholt werden. Das machen die hier bei uns so. Okay. Und, äh, dann geht das Ganze zum, ähm, zum, äh, Münster, Alvetta zum Münster, so heißt der. Und, äh, da gibt es dann große Tiere, die Bock drauf haben, solche Sachen zu essen. Das war ja nice. Deshalb darf da auch kein Lametta und so weiter dran sein. Ich meine, ey, Lametta, ne? Ja, Chad hat auch gesagt, ich soll Lametta. Ich hab heute hier, weißt du, ich hab da Ketten rangeholt, 108 Stück, und da war hier so eine komische Perlenkette dran. Und dann sagt, Chad, schmeiß rein den Scheiß. Ich dachte, da reingeschmissen, sah voll hässlich aus, gleich wieder Häuschen genommen. Jetzt hab ich irgendwie, weiß ich nicht, was ich damit mache. Vielleicht verschenke ich das irgendwie an Omi und sage, ey, Omi, ich hab dir eine Perlenkette gekauft. Irgendwie so ein Ding oder so, keine Ahnung. Oder ich geb Katze zum Spiel, ich weiß es auch noch nicht. Eine Katze, Katze sieht interessiert aus gerade. Oder vielleicht wird es das neue Abschleppseite für das neue Auto oder so. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Unterschätzt die Omi nicht, die sieht sofort, was das ist. Ja, aber Omi freut sich darüber, weil Omi ist ja aus der Kriegszeit, die hatten ja nichts, ne? Ja, das will ich jetzt auch gar nicht anzweifeln. Ich denke nur, die Omi checkt dann sofort auf den ersten Blick so, ah, der Junge hat schon wieder Kosten und Mühen gescheut. So wie die letzten 30 Jahre. Bitter. Ja. Ich hab noch was Witziges zu verbuchen, also hardware-technisch. Ich bin ja am Wochenende ein Rennen gefahren und ich hab mal festgestellt, was sehr, sehr interessant ist bei AMD-Grafikkarten. AMD hat Probleme mit Windows Borderless. Du wirst es nicht glauben, ich hab am Wochenende mir ein Overlay installiert für die Zuschauer, dass die mehr Informationen zu meinem Auto haben, wenn ich fahre, also Zusatzinformationen. Und ich hatte das ausprobiert und es lief alles und war tippitoppi und dann bin ich ins Rennen gegangen und dann ist meine Grafikkarte so vollgelaufen, dass ich nur noch 25 FPS hatte. Das klingt erstmal nicht so gut, ne? Aber das muss ja ein Softwareproblem dann sein. Ne, ne, ganz viele, also ganz viele andere Menschen, die benutzen das, die haben aber keine AMD-Grafikkarten, sondern Nvidia und die können tadellos, einwandfrei im Fenstermodus das spielen. Und dann erinnere ich mich ja noch zurück an Far Cry, da hatte ich ja dasselbe Problem, da hab ich ja auch Window Borderless angemacht und ich hatte keine Frames. Und als ich auf Vollbild gestellt hab, ging's dann wieder. Das war an meinem Gaming-PC, das andere Problem war auf der anderen Seite. Das ist super komisch. Strange. Ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sagen muss, so gern ich AMD habe, aber Grafikkarten hab ich echt die Faxen dicke mittlerweile. Hab ich, also ganz, wenn sie nicht so teuer wären, hab ich mir schon zwei neue geholt. Ich verstehe. Ja. Das ist einfach zu wild mittlerweile. Und es kommt immer mehr dazu irgendwie. Ja, und wenn du jetzt einfach die Möglichkeit hättest, mal auszutauschen testweise, wäre Gold wert, ne? Ja, das sagst du mir jede Woche. Nein, ich meine das gar nicht irgendwie abschützig oder negativ oder sowas, aber das ist halt... Also du hast schon, ich meine damit, du hast wirklich ein sehr, sehr spezielles Setup. Also das ist schon sehr, sehr unik in der Größe und in der Form, wie es aufgebaut ist, so, ne? Dass man da irgendwo an Grenzen stößt, ist ja dann nachvollziehbar. Und in der SIM-Welt, ich meine, ihr habt, ihr lasst die Hardware natürlich schon leiden, so wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also das ist ja schon, das ist ja schon am oberen Ende der Kotzstrecke. Der da ja, der hier nicht. Ja. Ja, also ich bin an dem Punkt so, wenn ich die wirklich irgendwo für einen Schnapper zocken kann nächstes Jahr, dann zocke ich mir zwei. Also das ist, das nimmt Bahn an, also auch der Treiber, das wird einfach immer verrückter und immer wilder irgendwie. Das macht keinen Spaß mehr. Wirklich nicht. Ich habe auf dem PC hinter mir Windows 12 installiert und habe da ein bisschen mit rumgespielt. Ach, du hast schon 12? Nein, 11, ja. Ich verspreche mich ja jedes Mal. Ich wollte gerade sagen, es aber... Ja, hat sich versprochen. Windows 11 und was ich sehr spannend fand, war, wenn du Windows nicht installierst, also Windows 11, dann kannst du eine Audioquelle auswählen, über die der Sound laufen soll, ne? Soweit, so gut. Also in dem Fall war da ein USB-Kopfhörer dran, ja? Und dann habe ich gedacht so, ja, ein bisschen, also zum Rumspielen, lass mal ein bisschen Musik laufen, aber willst du jetzt nicht die ganze Zeit über Kopfhörer laufen lassen, mach mir immer eine andere Quelle. Also die Onboard-Soundkarte hat ja einen Ausgang, gehst du mal darüber raus, ne? Du kannst es nicht umstellen. Du musst Windows erst aktivieren. In dem Fall wäre es jetzt einfach gewesen. Ich hätte einfach nur das USB-Sound-Ding einfach nur rausnehmen können. Dann hätte es wahrscheinlich auf irgendeinem anderen Ding das ausgegeben, klar, ne? Früher war das doch, also früher in Anführungszeichen bei Windows, bis Windows 10 war das doch so, dass du konntest, wenn du das Betriebssystem nicht aktivierst, kannst du gewisse Design-Sachen nicht ändern, ne? Ne, da geht es auch mittlerweile schon mehr, geht nicht mehr. Okay, und das ist jetzt weiter, ich meine, ist ja nachvollziehbar, ne? Ey, du kannst die Software schon mal installieren, einrichten, bis zu einem gewissen Grad, ne? Treiber und so weiter, damit alles funktioniert und sicherheitsmäßig im grünen Bereich ist, finde ich auch sehr, sehr gut. Aber wenn du es richtig benutzen willst, dann bitte eine Lizenz jetzt hier, ne? Macht ja auch Sinn. Aber da war doch Windows 10 drauf, oder nicht? Auf der Möhre war Windows 10 drauf, aber das war nie installiert. Also das war immer nur, auf der SSD war noch ein Betriebssystem drauf, habe ich mal mitlaufen lassen. So, und auf der Möhre habe ich jetzt, wie gesagt, Windows 11 einmal draufgezogen, nur Interesse halber erst mal. Und ich habe bisher auch nur Tarkov installiert und einmal ganz kurz, zwei, dreimal, also was heißt einmal, eins bis zwei Stunden gespielt. Performance-mäßig ist da absolut gar keinen Unterschied festzustellen, habe ich auch nicht erwartet. Also weder negativ noch positiv. Und das Einzige, was ich mir einbilde, was ein bisschen besser ist, ist das Rein- und Raustappen aus einer Fullscreen-Anwendung. So, das ist zumindest unter Windows 10, ja, so die Ecke. Aber ich habe jetzt außer die vom Hersteller bereitgestellten Treiber, dann von AMD die Chipsatz-Treiber und ein bisschen rumfummeln habe ich wirklich noch nicht viel gemacht. Also ich habe, da kommen auch keine Capture-Karte oder keinen anderen Krimskrams rein. Das wird ein reines Test-System, so zum Machen. Da kommen auch keine, da werde ich mich niemals mit meinem Namen oder sowas irgendwie anmelden oder so. Das ist ein reines, ich spiele darauf nur, System zum Testen. Ja. Und da ist ein 21 zu 9 Monitor dran. Interessantes Format, ne, dann in, ich weiß gar nicht, was die Größe ist, 3440 mal 1440 Pixel. Also wenn du noch nie vor so einem Ding gesessen hast und sitzt dann das erste Mal bei so einem Spiel davor, da guckst du aber nach links und rechts, ne. Also das wird bei dir natürlich mit den drei Monitoren noch krasser sein, verstehe ich. Aber schon gewaltig, ne. Ist halt nur nicht das Format zum Streamen. Ja, das ist halt echt, da hast du halt oben und unten immer schwarze Balken. Ja. Wobei, da gab's ja schon genügend Streamer, die gezeigt haben, was man dann machen kann, ne. Dann werden halt unten die ganzen Kameras eingeblendet und noch Zusatzinformationen. Das geht schon, wenn man das will. Aber ich will's nicht. Ja, du, ich wollte das eigentlich hier drüben, wollte ich das auch mal machen. Mhm. Aber 7800 mal 1440, da waren so große schwarze Balken dran, das war echt nicht mehr schön. Also das war wirklich sehr balkig. Ja. Ja. Und da, so viele Kameras kannst du ja gar nicht installieren dafür. Und ich bin auch immer so ein Purist, was Overlays angeht. Also ich muss ganz ehrlich, also ich will nicht so riesige Dinge haben. Ich hab, äh, also das, was so die Overlays angeht, äh, hab ich, glaub ich, in der Vergangenheit so alles durchgespielt. So, ne, mit welchem, was für Musik läuft gerade, dies, das, hier noch, noch tausend Einblendungen und so weiter. Ähm, aber mittlerweile, mittlerweile sehe ich das auch sehr, sehr simpel und sehr einfach. Also mein Overlay muss auch immer möglichst lightweight sein und nicht, nicht so überladen, nicht so viel, lieber ein bisschen weniger. Lieber in der einen oder anderen Szene, zu der man umschaltet, zum Quatschen, da noch mal weitere Informationen einblenden, aber nicht permanent alles so, ne. Ja. Ich find das ganz angenehm. Find ich ja auch. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann mal auf was hinweisen willst, wie, keine Ahnung, Charity-Aktion oder was auch immer, und du blendest das ein, ist es automatisch ein Blickfang, weil da ist was Neues, ne. Ja. Eine Sache hab ich noch. Äh, Alex, ich hab's geschafft, mein Threadripper am Wochenende auf 100% laufen zu lassen. Also. Beim Stream. Hä, wie geht das denn? Weiß ich nicht. Ich hab am Wochenende, kennst du hier, Codierung überlastet? Ja. Hm, hab ich kennengelernt am Wochenende. Und, ey, frag mich nicht, wie ich das, ich schaffte. Ich konnte das nicht reverse-ingenieren, gar nix. Beim nächsten PC-Start war das Problem weg, korrekt? Ja. Genau. Nächste nicht drin. Hab ich auch schon mal gehabt. Ich musste, äh, ich musste dann, also, normalerweise, guck mal, jetzt hab ich ne, ne CPU-Auslass in, äh, in OBS von 17%. 18%. Ich hatte da schon im Kamerabild, also, nur im Kamerabild hatte ich, äh, 47%, was halt dann in 100% wiedergespiegelt wurde. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich musste jetzt meine ganzen schönen, äh, Sachen, die ich, äh, mir zusammengebastelt hatte hier, für meine X264-Sachen, musste ich rausnehmen. Hat auch nicht geholfen. Ich musste wirklich einen kompletten Rechner neu starten, und nächsten Tag war alles wieder Picobello. Ja, hat sich irgendwas verschluckt, keine Ahnung. Manchmal steckt man da nicht drin. Ich konnte halt 10 Stunden einfach durchsieben, und auf einmal ging das einfach los. Und ich schon so gedacht, was scheiße, ist der Rechner jetzt irgendwie zu warm, oder, weißt du, dass sowas irgendwie ist, Handy überall rangehalten, da kam arschkalt Luft raus irgendwie. Ey, Windows-Fehler, ganz einfach, klassischer Windows-Fehler, kommt super selten vor, aber wenn's auftritt, super nervig. Ähm, der 5900X in meinem Stream-PC macht gerade 25% CPU-Last bei OBS. Ähm, mit diesem Overlay, es passiert ja nicht wirklich viel, also der schwimmt natürlich deutlich mehr, der geht auch mal zu 40%, so, ne? Aber jetzt quasi in diesem Overlay mit allen Quellen, die er sich so reinfährt oder sowas, ist okay. Aber, wenn ich so eine Software wie Snap-Camera oder sowas laufen lasse, dann ist der auch so instant überlastet, ne? Also, da merkst du schon, dass der deutlich weniger Roh-Power, in Anführungszeichen, hat, ne? Also, klar, der kann, der hat Power ohne Ende für die Aufgabe, die er macht, aber, äh, der kann auch viele Sachen gleichzeitig, aber gegen einen Threat-Ripper kommt der auf keinen Fall an. Ja, ich, also, ich hatte kurz Schnappatmung, dass ich auf Epic umstrecken muss. Ah, ja, hm, das, äh, das wäre dann die Deluxe-Version, ne? Naja, du, das Ding ist ja, ich hab, ich hab ja alle Szenarien durchgerechnet, schon in meinem Kopf und auch zusammengebaut. Aber ich kann mit 5900X, kann ich ja nix anfangen, weil die PCI-Lanes nicht reichen. Direkt. Ja, so, also, ich muss mir ja ein Epic kaufen. Ja, oder du, äh, löst das Problem auf andere Wege. Also, dass du, äh, dass du, also, ich, ich kenne das jetzt nur so von solchen kleinen Production-Stations, wo dann, wo dann ein PC für eine Aufgabe da ist. Dann ist dann ein PC nur für die, für die Lower Thirds da. Und ein PC ist nur für das Encoding da. Und ein PC ist nur da und dafür da. Das heißt, da kannst du natürlich mehrere Quellen so gesehen in einen PC reinballern, also durch Capture-Cards. Und wenn der nicht mehr kann, gehst du halt an den nächsten PC, ne? Wie so ein kleines, ja, du, jetzt mal ohne Scheiß. Du hast ja von deinem Setup her so ein kleines Fernsehstudio im weitesten Sinne, ne? Ja. Und, äh, das, also der, der Unterschied zwischen, zwischen einem Streaming-Setup und einem Fernsehstudio ist natürlich gewaltig. Da wollen wir uns gar nicht, keine, keine Illusionen hingeben. Ähm, aber so ein riesengroßer Unterschied in das, was wir rausspucken, ist dann da am Ende auch nicht mehr. Die sind natürlich professioneller und, ne? Aber, äh, am Ende des Tages, äh, äh, spuckst du, äh, ein 1080p-Signal raus. Ähm, ja, mit 60 FPS, also, wie soll ich sagen, ja, das ist, am Ende ist es halt auch nur ein Audio-Videosignal, ne? Ja, man könnte das Ding nochmal daisy-chainen, aber das muss ja nur auch nicht sein. Du musst dir ja das ganze abgemischte Signal per NDI wieder in eine andere Schüssel geben und die Schüssel encodet das dann. Theoretisch. Zum Beispiel, ja. Ja. Aber das ist auch nicht geil, weil NDI hat immer noch Probleme mit dem Sync von Audio und Video. Mhm. Und das finde ich nicht gut. So, weil dann könnte ich mir, ich meine, wo, wo sind wir denn aktuell preisig bei Epic? Gucken wir, machen wir doch mal eine Verkumpelung. Ah, come on, come on, come on. Machen wir, was denn? Epic ist scheißteuer, Mann. Ey, jetzt hör auf. Komm, übertreib mich. CPUs. So teuer sind die nicht. AMD, äh, STRX4. Äh, Dillillee, STRX4, Threadripper. Hier sind wir doch. Dill, 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 dill. Hm, 16 Kerne, bist du bei 1, 3, 1, 1. Wenn du den, äh, ja. Naja, weil wie viele Kerne, warte mal, wie viele Kerne hat der jetzt? Der müsste, äh? Die wichtigere Frage ist ja, wie viele Kerne, ähm, sind, sind, ja. Kann überhaupt OBS mit anfangen? Und macht es überhaupt Sinn, da in die Breite zu gehen? Theoretisch kann, also OBS spricht alle Kerne, alle 16 an. Also alle physischen Kerne spricht OBS an. Alle. Sie sprechen nur die logischen nicht an. So, das heißt, wenn du dir jetzt, äh, das wären 39, 55, den kriegst du bis 3, 9. Also da würdest du sogar noch, äh, 200 Megahertz würdest du mehr rauskriegen aus dem Ding. Aber das würde nicht reichen. Das heißt, die nächste Stufe wären 2.100 Euro. Für die CPU. Mhm. Dann hast du noch kein Mainboard geholfen. Ich wollte es gerade sagen. Die, oh, die sind teuer. Ah, die Mainboards dafür, da willst du auch nicht wissen, was der Spaß kostet. Das mal, den, das können wir auch nochmal schnell gucken. Mhm. Äh, du, 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 das ist halt so, ja, hm, wär schon cool, aber Mainboards. AMD-Mainboards, wir brauchen ein STRX-4. Äh, 490. Das geht aber noch. Da bist du ja, da bist du ja so fast noch in der Threadripper, äh, groß in Ordnung. 490 Asus Prime. Ja, die, 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 die Frage ist halt, äh, lohnt sich das für das, was man macht? Braucht man das dann am Ende des Tages wirklich? Ähm, kann man das Problem nicht anders umgehen? Gibt's ein Workaround? Gibt's eine einfachere Lösung? Ähm, warum, warum, ja? Naja, auf Dauer, also wenn du mal, wenn du jetzt noch einen Rechner extra machst, dann musst du dir wieder Gedanken machen, wie du das Videosignal da rüberkriegst. Mhm. So, da bist du, weil Capture-Karte, der Hasen läuft halt nicht, weil du kannst ja die OBS-Preview, sind ja nicht, äh, reelle 60, äh, FPS, die kannst du so nicht rüberdonnern. Das heißt, wie kriegst du das Video von dem einen Computer an den anderen? Außer in die Eye. Äh, da bin ich überhaupt nicht im Thema. Da kann, das kann ich dir gar nicht sagen. Also, äh, bei, bei aller, bei aller Unvernunft, äh, da hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Also es bleibt ja am Ende, also mir würde jetzt ad hoc nur in die Eye einfallen. So. Und da bist du halt einfach dann schon, ja. Könnte man nicht, jetzt mal ganz doof gesagt, äh, könnte man nicht, ähm, OBS, äh, auf einen eigenen Server streamen lassen, RTMP oder was auch immer für ein Format da dann angedacht ist, und es da abgreifen und da weiterleiten und weiter encoden oder weiterverarbeiten? Wie teuer soll der Server sein? Ja, ich frage nur, ob das, äh, Theoretisch, ja, theoretisch ist das möglich, aber dann, wenn du es ja wegschickst, schon wieder über RTMP, dekodiert ja dein Rechner das wieder. Also, ne, encodet. Dann fängt der ja auch wieder zu encoden, weil der schickt das ja hin. So mach ich das ja jetzt auch. Also ich schick ja jetzt mein, mein Signal geht ja auch an RTMP, weil ich keine, also, weil ich ja meinen Stream zu sowohl YouTube als auch Twitch schicke, gleichzeitig, und der macht das da. So. Ich hab mal deine Squad-Stream-Einladung angenommen, ne? Hab's nicht gesehen. Alles gut, ist ja nicht schlimm. Ich starte denn mein Squad-Stream, ne? Perfekt. Zwei CPUs ist auch ne, ne gute Idee, aber kann OBS auch wieder nicht ansteuern. Das Problem ist halt einfach mittlerweile bei mir ist halt einfach, wenn ihr, also wenn man mal überlegt, wenn der Racing-PC an ist, dann sind permanent 1, 2, 3, 4, 4 Kamerasignale, A10, 80p, 50fps kommen an, plus NDI. Da hat er dann schon echt gut zu tun, weil das Problem ist nämlich an der Sache, wenn du witzige Transitions hast, äh, mit deinem Computer, dann kannst du leider die, äh, die Capture-Karten nicht auf, wenn du nicht in der Szene bist, deaktiviere sie. Also, dass er nicht extra was machen muss, kannst du leider nicht machen, weil das poppt nämlich immer erst eine halbe Sekunde später auf, weil er die reaktivieren muss. Deswegen geht das nicht. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, in meinem PC sind, äh, neun HDMI-Eingänge, die alle belegt sind drin. So, und hier sind alle aktiv. Das, was du gerade angesprochen hast, also mal angenommen, du hast eine, äh, äh, aufwendige Browser-Source, wie zum Beispiel mit ganz viel Bewegung drin oder sowas, ne? Und die muss ja immer im Speicher gehalten werden, das meinst du ja. Ähm. Capture-Karten. Capture-Karten haben genau das gleiche Phänomen, ne? Wenn die nicht permanent aktiv gehalten werden und du schaltest drauf, dann hat die einen Delay, weil dann wird die, dann wird die quasi aktiviert oder es läuft noch ein Cage voll, keine Ahnung was, ja? Und dann ist das Bild ja erst da, ne? Genau. Ähm, es wäre, es wäre auch sehr nice, wenn OBS eine Funktion hätte, dass, wenn du sie, also, wenn du auf eine Szene umschaltest, in der eine Quelle erst, in Anführungszeichen, hochgefahren werden muss, aus Caging-Gründen oder aus, äh, Ladezeitgründen, dass die erst dann umgeschaltet wird, sobald, äh, also, zumindest eine Option darauf gebe, dass, wenn die, wenn die Quelle da wäre, ne? Du schaltest drauf um, dann ist es ja nicht so schlimm, dass du eine Sekunde später umschaltest. Aber jetzt kannst du es nicht. Du könntest jetzt nur in den Studio-Modus gehen, diese Quelle aktivieren, ne Sekunde warten und dann auf die Szene umschalten. Genau. Kann man das nicht automatisieren? Das geht bestimmt irgendwie, ja. Ja klar, mit, sogar mit, mit dem Stream Deck, mit Multifunktion. Aktiviere, äh, Szene, äh, aktiviere Quelle in Szene X, warte so und so lange, geh auf Szene X. Ist eine Menge Fockelei, wird vielleicht auch nicht immer funktionieren, aber vor allen Dingen musst du ja jedes Mal, wenn du von dieser Szene wegschaltest, diese, ähm, Quelle auch wieder deaktivieren, ne? Ja. Und da kommt halt super viel Last her, ne? Also Arbeitsspeicher ist da genug drin, ne? Da sind 64 Gigabyte, also die sind nie voll, also er kann so viel cachen, wie er will. Ich hab auch mal die Replay-Funktion mit, äh, ich glaub, 10 Gigabyte cachen lassen, äh, im, im RAM. Und das war auch easy. Das war witzig, man konnte, äh, 5 Minuten in die Vergangenheit gehen und das lag alles im Arbeitsspeicher, Alter, das war richtig krass. Das war richtig krass. Äh, die Leute, die das immer so empfohlen haben, ja, so 2 Gigabyte kannst du schon machen, geh ich erst mal 10 eingetippt, ging, war gut. Äh, ja, das ist halt ein großes Problem, weil, äh, das wird halt immer alles noch aufwendiger und aufwendiger in OBS und du hast immer mehr Szenen und Szenen und Szenen und immer mehr Infos und Infos und irgendwann wirst du halt einfach an die Grenze von der CPU stoßen. Ich hab, glaub ich, die Grenze kennengelernt jetzt. Und, äh, das sind ein Ripper mit 16 Kerne. Ich merke, also ich merke immer mehr, dass, äh, also ich bin ja so am überlegen, ob ich dieses Jahr nochmal meine Capture-Karte tausche, meine Zweier und dann noch eine Vierer reinprügel. Weil, warum nicht? Ähm, aber ich glaube, meine CPU wird mich hassen. Davon kannst du wohl ausgehen, ja. Ja, weil wenn du nämlich mal, also so ein 12-Stunden-Rennen, danach ist die, also, ich sag mal so, ich geh mit dem nicht so nett um. Ja gut, du hast ja das System ja nicht dahingestellt, um, äh, keine Ahnung, ich hätte jetzt fast gerade gesagt Minecraft zu spielen und dann ist mir eingefallen, dass Minecraft mit Shadern auch schon sehr, äh, fressend sein kann. Das ist jetzt, glaube ich, das falsche Beispiel. Du hast dir das Ding nicht dahingestellt, um ein bisschen Tetris zu spielen, ja. Und klar. Ja, aber man, man, man merkt halt immer mehr, dass du, dass du hardware-technisch, also ich würde echt, also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du in die Richtung gehst, dann kannst du echt schon auf Epic wetten mittlerweile. Wie viele Threatripper gibt's denn noch über dir? Mal so gefragt. Wie über mir? Ja, du hast ja nicht den größten Threatripper. Boah, das ist ja die erste Generation 16 Kerne, also ach. Siehst du? Also da gibt's noch einige. Dann wär das doch eher der Way to go für dich, oder? Nee, eben nicht, weil das Problem ist ja auch, dass du mittlerweile ja auch Single-Core-Leistung brauchst. So, und der hat ja nur, der hat nur in Anführungsstrichen 3,7. Aber haben die Epic nicht sowieso weniger Single-Core-Leistung? Nee, da sind noch welche mit bei, die haben wir noch ein bisschen mehr noch. Aber das kostet doch extra. Äh, warte, kann ich dir sagen? Ich liebe, ich liebe meinen gesunden Wahnsinn, bin ich ganz ehrlich. Ich liebe meinen gesunden Wahnsinn. Ähm, bei 3,9 hast du 3,9 bei 1.100 Euro. Aber, also, dann bist du bei 16 Kerne. Der hat dann aber 200 Megahertz mehr als meiner jetzt. Okay. So, und alle anderen wären dann schon runtergetaktet. Es gibt aber auch noch einen, und mit dem liebäugel ich ja, der hat, äh, 3.800 und 24 Kerne. Der kostet 1,6. Mein, mein, mein Chat fragt, ob ich, ob du Schloh kennst, der hat ja in seiner Event-Location auch massig Camps. Und dann dachte ich gerade weiter, Schloh, weiß ich nicht, ob er dieses Atom, Atom Mini oder wie das Teil heißt, äh, benutzt. Wäre das bei dir eine Option, dass du, äh, mit einem, äh, das ist ja ein Hardware-HDMI-Mischer im weitesten Sinne, oder ist es ja auch quasi, wäre das eine Option, dass du, äh, dass du mehrere Pams an einen davon anschließt und damit hin und her schaltest? Nee, eben nicht, weil du kannst ja, dann bräuchtest du ja theoretisch da drüben ein und hier ein und dann kannst du ja nicht simultan laufen lassen, das ist auch nicht geil. Hm. Das ist auch nicht so geil. Also, ich hab den ja in der Küche, dafür ist der echt gut, aber hier nicht. Und Schloh hat auch Intels drin, also die, die ganz dicken. Ich glaube, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir wirklich noch nicht so sicher, ne, aber irgendwo ist ja immer noch der Fuchs drin in dem Rechner. Das irgendwo ist, ist der Fuchs drin, also ich, ich sag's so, wie es ist, AMD-Grafikkarten sind nicht so der Kracher, weil, äh, da ist auch eine AMD-Grafikkarte drin. Also, ich hab ja überall welche drin und, äh, ich hatte die Probleme noch nie mit diesem Gerät und ich hab die AMD-Grafikkarte jetzt drin seit drei Jahren, zwei Jahren, seit zwei Jahren. Wann kam die Radeon 7 raus? Bei AMD bin ich raus, da weiß ich gar nicht, wann die rauskamen. Pass auf, es wird bei dir Zeit, dass du dieses Problem nicht umgehst oder angehst, sondern zumindest mal anstrebst, ob du das wirklich mit einem, mit einem, mit einer, mit einer anderen Grafikkarte lösen kannst. Also, du kannst dir eine Nvidia-Grafikkarte entweder, äh, von vertrauenswürdigen Personen, ähm, leihen oder von, vom Gewerbe leihen. Du kannst, du kannst Grafikkarten mieten. Für eine Woche, für einen Tag, für ein paar Tage, sowas in der Richtung. Zwei Tage, 2019 haben die übrigens raus. Okay. Ja, ist ja noch nicht so lange her. Ich hab die, an Tag 1 hab ich die gehabt. Dann probier das doch einfach mal aus, mit einer Grafikkarte in einem System, mit dem du permanent, äh, diese Problematik hast, die für zwei Tage bei dir reinzuknallen. Das kostet nicht die Welt. Du weißt, wo du dran bist, ob's mit dem anderen System, äh, auch Probleme gibt oder ob's damit halt funktioniert. Dann, dann kannst du wenigstens schon mal ausschließen, dass es nicht an was anderem liegt. Ich hab meine AMD, meine Grafikkarte, die im Streaming-PC war, ich leider abgegeben, ich Idiot. Letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Das war meine Test-Grafikkarte. Also, es ist einfach alles zu wild, sag ich dir. Und die Dinger sind halt schweineteuer, ne? Ja, ich müsste mir so ein Ding wirklich mal aus einer vertrauenswürdigen Quelle, Gympanser, mal ausleihen für eine Woche. Ja, also, ich sag mal, da gibt's schon Möglichkeiten, ne? Ah, ja. Ah, das ist, also, wie gesagt, ich, also, ich, ich kann's nicht anders mir erklären, weil, äh, ich hab letztens schon wieder so ein witziges Windows-Update gehabt und, äh, es hat auch schon wieder alles zerkracht. Und das ist noch nie so schlimm gewesen. Würdest du nicht eigentlich auslachen, wenn ich meinen Stream-PC jetzt einfach mal so auf Windows-11 update und alles läuft? Ne. Ich freu mich für dich. Also, ich, ich freu mich für jeden, der diese Probleme nicht hat. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ding, äh, ich weiß, ich rede da sehr viel drüber, aber ich rede auch nur darüber, damit ich von anderen Input kriegen kann, die auch diese Grafikkarten haben, ob das da auch so ist. Und bis dato hat sich das immer bestätigt. Hm. Und, äh, das Ding ist halt einfach, es ist einfach, es ist zu teuer, so. Also, wenn's nicht so teuer wäre, ne, da hab ich mir schon erst drei neue Grafikkarten gekauft. Ja. Also, da würde ich gar nicht fackeln. Da hab ich schon abgedrückt, rausgebaut, die verkauft hier an irgendwen oder verschenkt oder was auch immer. Und dann, ach nee, die darf ich nicht verkaufen. Nur verschenken. Ähm. Und dann wäre das Ding wieder gritz gewesen. It's a pain in the ass. Vielleicht müsste man aber auch einfach mal Windows neu installieren, Kappa. Hast ja in diesem Jahr noch nicht so oft genug gemacht, Mann. Ja, natürlich nicht. Ach ja, Computer dieses Jahr, also, das Ding ist halt, es kann auch nisch kaputt sein, weil, also, mein Streaming-PC hat ja jetzt schon, äh, gesunde Sachen neu drinne. Aber ich glaube so, das ist einfach das Alter mittlerweile. Also, am Streaming-PC ist es einfach das Alter. Der wurde einfach vier Jahre, wurde der, oder fünf, wann kam denn der Threadripper raus? Wann hat man gesagt? 2016? Äh, Threadripper. 17? 16? 1850. X? Also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen... Ne, 1950 X, äh, wenn die steht... Was ist denn jetzt hier drinne? Mann, ist schon so lange her. Sag mal, Windows, was ist denn hier drinne? 1950 X? Ja, 1950 X. Du, also, also... 2017, ja. 17, ja. Vier Jahre. Also, ich hab den jetzt vier Jahre lang auf voller Esse gebeutelt. Naja, aber, siehst mal so, ähm, dass eine CPU dann wirklich mal einen Ausfall hat und sagt hier, ne, keine Ahnung, Silikon-Degradation oder sowas. Ja, ist ja, darum geht's ja, das meinst du ja wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Dass sowas mal wirklich passiert, das ist eher, das ist eher super selten. Also, ähm, ich hab vor kurzem so ein paar Videos vom Bauer mal wieder gesehen zu solchen Themen. Ähm, der hatte ja zum Beispiel so einen AMD-Langzeittest mal, ähm, seine Systeme, die ja einfach nur offen auf dem Boden rumstehen hatte. Und, ähm, die, also da ging's um, ich glaube, da ging's um Grafikern und um CPUs. Und das Ergebnis war dann im Prinzip, also, was ich mir so gemerkt habe, ist, das kann man komplett vernachlässigen. Also, also ein Ausfall, dass eine CPU eine gewisse Lebensdauer hat, ja, aber da reden wir nicht über ein paar tausend Betriebsstunden und der PC ist dann langsamer oder sowas, ne? Ja, aber der Mainboard kann auch sein. Ja, Silizium, nicht Silikon. Ja, mein Gott, das eine sind Möpse, das andere sind halt CPUs. Hab ich verstanden. Entschuldigung. Mainboard vielleicht? Brauch's sein? Ja, also, also ich seh das jetzt ganz simpel, ganz, also jetzt ganz einfach runtergebrochen. Der First-Gen Threadripper war, ist echt ein super Ding und es gibt eine Menge Anwendungen, für die der wirklich krass und gut ist. Und wie man bei dir sieht, ähm, dein Production-Setup funktioniert damit seit Jahren echt gut mit diesen, genau diesen Fehlern, die du jetzt halt hast, ne? Aber die Entwicklung ging da ja auch weiter und eventuell hat sich ja dann nicht nur, also hat sich dann ja nicht nur die CPU, ist ja nicht nur größer geworden, hat mehr Threads bekommen und so weiter, sondern der Chipsatz an sich ist dann ja vielleicht auch besser geworden mit, also sprich, dass die Nachfolgegeneration vielleicht noch stabilere Mainboards hervorgebracht hat. Also ich kann dir sagen, mit meinem Threadripper habe ich andere Probleme gehabt am Anfang und zwar für, das habe ich auch viel später erst gecheckt, dass es das wahrscheinlich gewesen ist und zwar hat der Threadripper ja, ist ja ein verdammt großer Flatschenden als, als CPU, ne? Der ist ja, der ist ja, der hat ja eine richtig große Fläche und, ähm, der muss aber trotzdem auf jedem Kontakt aufsitzen und, ähm, es gab wohl anfangs oder auch immer noch, weiß ich nicht, ähm, immer wieder mal Aussätze oder Probleme bei Leuten, die dann, wo dann einfach so was wie Arbeitsspeicher nicht erkannt wird und dann denkst du natürlich, oh fuck, mein Arbeitsspeicher ist neu, der ist sofort kaputt, was ist das denn? Aber dann kann, hat einfach nur ein, ein, zwei Pins unter der CPU, haben halt keinen, also keine, die Kontakte haben nicht richtig, äh, da aufgesessen, weil, weil, weil das vielleicht nicht hundert Prozent gut angedrückt worden ist, weil aufgrund der Größe, physikalischen Größe dieses Teils, da gibt's auch einige Videos, äh, zu von, ich weiß gar nicht, ob das Gamers Nexus war oder, oder ähnlichen, die sich mit dieser Thematik mal auseinandergesetzt haben und genau diese Probleme hatte ich am Anfang halt auch, ne? Ne? Dann baust du den Scheiß nochmal aus, guckst du nochmal, dies, das, denkst gar nicht drüber nach, ziehst das wieder an, schwuppdiwupp, Probleme sind weg, ne? So wie früher, Super Nintendo, rausziehen, einmal durchpusten, wieder reinstecken, läuft, ne? Du hast nichts mit dem Pusten halt bewirkt, aber in deinem Kopf weißt du so, aha, ich hab's gerepariert, ne? Ich hab den letzten gerade draußen gehabt, ja, aber ich die Wärmeleinpaste neu gemacht hab, ich hab den jetzt mal luftgekühlt. Den Threadripper? Juch. Mit was für ner Kühler? Was für ein Kühler? Mit nem richtigen Darkrock-Brocken. Ah, Darkrock, äh, Brocken... Darkrock-Quite, ne, warte mal, Darkrock-4. Egal, die letzten wahrscheinlich, ja. Der ist gut. Maja, also, da kommt so viel kalte Luft aus dem Gehäuse raus, das hätt ich nicht erwartet. Also, aus meiner, meiner, äh, meiner, äh, kompakt-Wasserkühlung kam mehr, wär warme Luft raus. Also, du kannst die Hand drauflegen, nach acht Stunden Stream kommt immer noch kalte Luft raus. Geil. Hätt ich, hätt ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ey, die großen Luftkühler, egal, welche Marken man da jetzt präferiert, ne? Die großen Luftkühler, die, die schaffen wirklich ne Menge Abwärme weg. Und die sind gut. Dann muss man, dann, die müssen sich nicht verstecken. Ich find's immer witzig, wenn dann, wenn, wenn dann so, wenn du so Fanboys dabei hast, die, äh, ihre Aios so überbewerten, so, ne? Also, ich mein, ich find Aios auch gut, keine Frage, aber das ist mehr nice to have und Optik als, äh, als ein geiles System, weil wenn eine, wenn eine Komponente in diesem Kreislauf kaputt ist, kannst du das Ding wegschmeißen. Außer dein Lüfter ist vielleicht kaputt, aber ansonsten, wenn die, wenn die Pumpe kaputt ist, wegschmeißen. Ist das Ding undicht, wegschmeißen, ja? Ist der Radiator nicht mehr in Ordnung, wegschmeißen. Wenn, wenn der, wenn das, wenn der, das Kühlmittel da drin irgendwie eine Fehlfunktion hat, wie jetzt hier bei diesen, ähm, Ähm, Enamax-Teilen ja vor, vor ein paar Jahren, äh, regelmäßig ausgefallen sind, wegschmeißen. Ja, toll. Also, ich hab da, äh, zwei schon zersägt drin. Nicht einen. Ja, zwei. Und jetzt hab ich Luft. Ja. Ist keine, keine Lust mehr. Da sind übrigens, weil, weil gerade mein Chat schon wieder durchdreht, da sind Noctua-Lüfter dran. Ich hab schon extra Geld ausgegeben. Ich hab in mein, mein Streaming-PC hat ein 10 Jahre altes Gehäuse, aber er hat Noctua-Lüfter. Brandneue Generation. Acht Stück. Geil. Ich hab letztens schon mit Onkel Kors ein Telefoniert und hab, äh, hab Foto gemacht, ich so, kennst du die Gehäuse noch? Äh, ja. Das ist, äh, warte mal, was sind das? Obsidian 900D, glaube ich? Da ist noch, da ist noch ein HDD-Cage drin, Alter, und, und vorne sind Blenden für, für, für CD-Laufwerke dran, Mann. Und dann hast du unten noch so ein CD-Laufwerke-Cage dran, davon hab ich zwei Stück. Aber ich sag mir halt immer, ey, warum soll ich mir neue Gehäuse kaufen? Also wofür so, weißt du? Ey, die sehen wirklich, die sehen so assig aus mittlerweile, ne? Wenn du hinten da, wo die Schrauben reindrehen, wo du guckst, Alter, wie oft ich schon das Loch nicht getroffen hab, und wo schon gar kein Lack mehr dran ist, ne? Die Desi, ich wirklich, ich hab mir, ich hab mir letztens, hab ich mir gesagt, ah, vielleicht, äh, ähm, oh, Elgato schreibt mich gerade an, ob ich Elgato-Strips habe. Ne, Elgato, ich nehm aber gerne zehn. Werden, werden diese Corsair Obsidians überhaupt, äh, gibt's die Serie noch? Also diese Gehäuseserie? Ich glaub, man kann sie noch kaufen. Ja, warte mal kurz. Corsair Obsidian, oder war es 750D? 750D, ja, kann man noch kaufen. Für, für 150 Euro? Junge, Junge, Junge. Ja, kann man noch kaufen, die Dinger. Ey, das ist ohne Scheiß, die sind so alt, ne? Kennt ihr, oben sind so ne, so ne, so ne Auflagen, ähm, ähm, oben sind so ne, so ne, so ne Auflagen drauf, ähm, äh, die Staub abfangen. Und die haben unten drunter so ne Magnete, ne? Alter, der Kleber da drunter ist schon porös, dass ich die Magnete löse, Alter. So alt ist so. Ich hebe das letztens an, hab die, die Magneten bleiben drauf und ich hab nur dieses Netz in der Hand. Ich denk mir so, hm, das ist wohl der langsame Zerfall. Geil. Ich hab mir, ich hab mir immer mal wieder ein neues Gehäuse geholt, weil ich Bock auf dieses, auf ein anderes Design und ein anderes Form, eine andere Form, einen anderen Formfaktor und so weiter hatte, ne? Also deshalb, also ich hab, ich hab hier noch so ein paar, ähm, äh, Fraktal-Design-Gehäuse, die, die kommen auch irgendwie nie weg. Die sind alt und klobig und haben auch viele Aufnahmen gar nicht mehr, ne? Aber, ähm, ja, warum wegtun, ne? Ja, du, äh, ich hab halt auch letztens überlegt, weil der ganz hinten in der Ecke, der hat jetzt, äh, der hat ein neues Gehäuse gekriegt. Und, ähm, ich bin halt echt am überlegen, ob ich den allen dreimal eins gebe. Also so ein Overhaul, dass die auch mal, ich hab hier übrigens die Standard-Lüfter von dem Gehäuse noch drin, ne? Vier Stück. Und die hab ich aus dem anderen Gehäuse, vom Streaming-Pizzi, hab ich die letztens rausgenommen, ne? Und dann hab ich den so gedreht und du hast halt da drinnen schon echt gemerkt, oh, der ist schon ein paar Mal gelaufen, so. Du hast halt wirklich beim André so, da, 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 hast du das schon gemerkt? Hab ich dir gedacht, ja, okay? Diese, äh, Corsair-Gehäuse-Lüfter, die standardmäßig drin waren, die sind ja gut. Also, es gibt so gesehen natürlich immer welche bessere, andere, schönere, was auch immer so, ne? Geschmackssache. Aber die Corsair-Lüfter, die, die, die haben ja keinen schlechten Ruf, so. Also, muss man sich nie mit verstecken. Ja, das stimmt. Ich glaube, es tut wirklich Zeit, also da auch mal dann die Lüfter wechseln und mal auf modern umsteigen, glaube ich. Weil ich bin eh so kurz davor, wahrscheinlich nächstes Jahr oder Anfang nächsten Jahres, da hinten nochmal auf der Seite alles auseinander zu kloppen, weil ich da die ganzen Strippen nochmal neu ziehen möchte, weil Gesundheit, weil ich die Strippen da drüben alle nochmal neu ziehen will, aber das kann ich halt mittlerweile nicht mehr alleine machen, also es geht nicht. Also ich kann das da nicht mehr alleine auseinanderbauen. Und dann wollte ich den Computer, weil er ist halt, ich sag's mal so, der muss schon, also man könnte fast sagen, das ist Computersklavenarbeit, weil du musst dir vorstellen, da hängt auf der Seite hängt Molton, auf der Seite hängt die Akustik, hängt eine Akustikmatte und nach hinten ist so viel Platz. So, und jetzt stell dir vor, da hängt ein Triple Screen dran, da sind vier Bildschirme dran mit 1440p und der rammelt halt nonstop voller Esse und der kriegt da gar keine Luft. Und jetzt hab ich halt überlegt, ob man ihn vielleicht mal nach hier holt, zu den anderen Boys, weil hier ist ein bisschen mehr frische Luft. Hier kann er ein bisschen mehr atmen. Eventuell würde ihm das helfen. Ja, aber solange das Ding in einem Schrank steht oder das Ding gar keine Luft kriegt, weiß ich nicht, ich kenn das jetzt bei dir nicht, ich hab's nicht gesehen, aber das klingt jetzt nicht so, als ob das ein Riesenproblem darstellt, oder? Naja, die Grafikkarte war, bevor ich die Lüfter auf volle Pulle rampen lassen habe, lief bei 98 Grad. Jetzt läuft sie bei 89. Okay. Also die... Vielleicht geht da ja mal ein bisschen Liebe rein, wer weiß. Ja, deswegen, ich sag ja, also ich sollte nochmal so, weiß ich nicht, 500, 600 Euro in der Hand nehmen und dem ein bisschen Liebe schenken, also ein, der sollte auch ein paar mehr Lüfter kriegen und dann sollte ich ihn da rausholen, aber dazu brauche ich Hilfe, um das auseinanderzukloppen. Aber es ist eh schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Klimaanlage, weil, äh, hier wird so viel Wärme produziert, dass, ähm, also du kannst nicht mit Fenster auf im Winter, weil es wird zu kalt, du kannst Heizung aber auch nicht auf vier machen, damit du nicht frierst, du musst halt so ein Mittelding finden zwischen, okay, ich hab ein Pullover an, ich krempel meine lange Hose am Anfang noch nicht hoch, in der Mitte mach ich ihn dann hoch und deine Computer überleben. Also, mit Klimaanlage war das halt nie ein Problem, so, also da war die Heizung nicht auf, auf fünf oder so, sondern die Heizung war einfach aus und dann hast du gewartet, bis das ging, aber im Sommer, da bist du halt, ja, stürzt du, also da quälst du die Dinger halt, aber auch. Ich hab das, ähm, Problem zum Beispiel gar nicht, also, äh, die, sowohl Stream-PC als auch Game-PC, äh, haben hier keine thermischen Probleme in irgendeiner Art und Weise, also, die werden weder, noch nie Probleme wegen Überhitzung gehabt, und, äh, da ich hier, die Wohnung in, ist ja in so einem Sechsfamilienhaus und ich bin quasi in der Mitte, aber, und das ist jetzt nicht böse gemeint, zum Glück sind alle meine Nachbarn irgendwie, hören die wohl nicht mehr so gut, und, ähm, ja, also dadurch, dass ich die Wohnung in der Mitte habe, ähm, in der Mitte oben, ähm, muss ich gar nicht so viel heizen, also, es ist ja, es ist ja eigentlich immer, immer über 20 Grad, immer, ne, manchmal 22 Grad, ohne, dass ich die Heizung anmache oder so, da brauchst du auch nicht mehr aufreißen, ne? Ja, aber du, dein Raum hat ja auch ein bisschen mehr Quadratmeter als meine, also, bei dir kann das irgendwo hin, weißt du? Ja, das stimmt schon, aber, also, im Sommer, vor allen Dingen, wenn du die Scheiben nicht zumachst oder die Jalousien nicht zumachst, so, die, äh, dann, das wird hier schon unangenehm, ne, also, nicht so geil. Ja, ist halt ein bisschen schwierig mit drei Computers, die stehen auch beide so ganz nah aneinander, also, das ist auch eigentlich nicht so, ja, my service ist. Hm, ja, ja, klar, ich weiß das. Ja, was, was die Wärmeentwicklung angeht, also, äh, der, dieses kleine System mit dem, mit dem kleinen Cube-Gehäuse, das hat schon ordentlich, äh, also, das war schon so ein, so ein Heizwürfel, ne? Der hat nach hinten schon richtig Temperatur rausgeballert und da hat man mich immer davor gewarnt, ah, du kannst das nicht in dieses Ikea-Regal einbauen, der kann ja gar nicht atmen und ich denke so, wie der kann nicht atmen? Der kann sich von vorne so viel Luft ziehen, wie er will, nach oben ist noch genug Luft, dass er was rausdrücken kann oder so, ne, da waren auch keine zusätzlichen Lüfter nach oben, nach hinten, den ballert der sowieso alles raus und genau das ist halt auch passiert. Ja, der ist wärmer geworden, ja, das war sicherlich nicht optimal, aber keine Ausfälle, keine Aussetzer, keine Probleme, die auf Thermik, äh, zurückzuführen waren, also, es hat super funktioniert. Ja, der Zürich-Pizzi ist auch mal gelaufen, aber da konntest du die Handschuhe nicht mehr drauflegen, da lag die Katze halt oben drauf, weil es so warm war, also, da konntest du wirklich Spiegeleier drauf grillen, so. Die Katze liegt da gerne drauf, weil es so warm ist. Jetzt nicht mehr, jetzt hab ich da was draufgelegt, jetzt, also, wie, wie, diese, diese Taubendinger, weißt du? Ja, so ein Ding liegt da jetzt drauf, aber nicht Spitz halt, da liegt da was drauf. Ja, es ist wild, also, es ist, in Berlin ging's halt, weil die Klimaanlage hat das halt, also, in Berlin war die Wohnung oder die Wände waren, also, die waren wirklich so arschkalt in Berlin, die Wohnung, das, äh, die konnten nicht warm werden, aber hier so in dem kleinen Raum, da staut sich das schon. Merkst du auch immer, wenn du hier aus dem Flur rausgehst, äh, da kommst du halt einfach, selbst im Winter, wenn überall Heizung an ist, kommst du quasi von Tropen in ein Wintergebiet, so. Das ist richtig krass. Und hier vorne merkst du immer noch so anderthalb Meter Boden, so, da ist der Boden warm und dann machst du zwei Schritte weiter, wird der Boden kalt. Oh, scheiße. Das ist richtig krass. Das ist wirklich richtig doll, was hier so rausgeht. Ah, ja. Not bad. Not bad. Wollen wir nächstes Jahr mal einen Angriff nehmen und das mal hier, das mal in, äh, umändern. Also, das Nächste, was bei mir zumindest, äh, auf meinem Schirm ist, äh, wäre hier noch ein neuer, ähm, Monitor für meinen, für meinen Haupt-PC, für den Gaming-Bereich. Also, ich schiele immer noch, ähm, und da kommen jetzt ja immer mal wieder neue Geräte raus, auf ein, äh, 1440p, 27 Zoll, 240 Hertz, äh, äh, Gerät. Ähm, da gab's schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, glaub ich schon, so die ersten, also Anfang Corona, würd ich so sagen, äh, die, mit denen auch mal was machen konnte, der Samsung G5, glaub ich, weiß nicht, wie er genau heißt. Den hatte ich sogar einmal hier. Ähm, und mir ist durchaus bewusst, dass das ein bisschen Quatsch ist oder viel Quatsch ist, weil ich natürlich, äh, die wenigsten Spiele habe, die, äh, so hoch takten können. Aber wenn du einmal auf so einem Gerät gespielt hast, willst du halt nicht mehr zurück, ne? Und dann willst du auch nicht mehr nur 144 Hertz haben, sowas. So die Richtung. Und da hab ich gerade den, ähm, den EVE Spectrum schon seit Ewigkeiten auf dem Schirm, aber der ist noch nicht draußen. Also da gibt's nur eine 4K-Version, den möcht ich gar nicht haben. So die Richtung. Also das ist das, was bei mir als nächstes ansteht, an bewusster Kaufentscheidung, das möchte ich jetzt haben. So, also im Sinne von, möchte ich haben, brauche ich, will ich. Es ist mehr ein Haben-Wollen als ein Brauchen, logischerweise. Ich hab auch gerade so ein Haben-Wollen-Ding, nachdem im Chat mein, mir mein, mein Weihnachtsfond, den ich mir nicht selber erfüllen wollte, erfüllt hat dieses Wochenende. Ich hab so einen anderen, anderen Splien gerade noch. Es kommt nämlich gerade so, im SimRacing kommt gerade so was ganz, ganz Verrücktes auf, was mir sehr gut gefällt, weil ich das auch sehr verrückt finde und sehr schön finde. Ich hab mir ein neues Lenkrad gekauft am Wochenende. Ja. Es war teuer. Also es war schon so... Was ist denn ein teures Lenkrad in der SimRacing-Welt? 1.4. Okay. Nur Lenkrad übrigens. Also es ist nur das Lenkrad, nix dahinter. Nur das Lenkrad. Mhm. Ja, Chad hat, also ich hab, ich möchte mir dieses Jahr nix kaufen, hab ich extra gesagt, wegen Auto, dies, das, nächstes Jahr. Na ja, Chad ist dann wieder ausgerastet und dann weißt du ja, wie es ist. Dann kannst du ja nicht der Content-Creator sein, der sich das in die eigene Tasche steckt. Ich hab das übrigens nicht angezettelt und nicht gebaitet, muss ich dazu sagen. Dann hab ich mir das geholt. Und jetzt gerade kommt so ein Splien auf in der SimRacing-Szene, weil es mittlerweile sehr geile Fernseh-Slash-Monitor gibt, dass Menschen anfangen mit 55 Zoll-Monitoren zu fahren. Und 55 Zoll, Alex, musst du dir so vorstellen, dass du in einem fucking Auto sitzt. Also du sitzt dann wirklich da drinnen. Du siehst oben den Himmel und das verschwindet halt bis hinter, also wirklich sehr weit hinter dir verschwindet das Auto. Und wenn du dir überall, also bei mir ist ja überall rundherum Molton dran, sodass der Fußraum quasi dunkel ist, dann sitzt du in dem Auto. Das Problem ist nur, dass die Dinger gar nicht mal so günstig sind. Aber ich habe Vermessungen vorgenommen, ich würde 3x55 Zoll hier hinkriegen. Kleine Misere. Ist eine kleine Misere. Und wir haben so gut Fortschritte gemacht, die sie. Wir haben so gut Fortschritte gemacht. Ja, das Ding ist halt, du, so geil, wie ich das finde, ne? Also sag ich dir, so geil, wie ich das finde, aber mein innerer Schwabe ist einfach, ist da. Verstehe ich. Aber ich versuche das vielleicht über ein Placement zu machen. Dass man die Möglichkeit hat, das vielleicht mit einer anderen Firma zusammen als total crazy Projection zu bauen. Kurze Zwischenfrage, ich soll dich fragen, ob das ein Gomez-Wheel ist. Ja, das ist ein Gomez-Wheel, ja. Ah, ja, mein Chat hat es gerade auch schon mal beantwortet. Zu dieser Fernsehgeschichte, gibt es da kein Problem bei Fernsehern mit Delay? Im Sinne von... Ne, also LG hat mittlerweile so gute Fernseherausgaben für die Konsolen, dass du da, du hast einen Gaming-Mode drinne und die sind OLED und da ist alles, also du hast selbst 144 Hertz drinne. Lass mich raten, wenn du es selbst kaufen würdest, wäre so ein Gerät irgendwo zwischen 2 und 2,5? Nö, das sind die ganz Großen, die so teuer sind. Nö, die sind bei 1.000, 1.500 ungefähr. Drei Stück davon, ne? Ja, es ist halt so, weißt du, es ist... Reden wir bei diesem Fernseher darüber, dass die auch ein bisschen curved sind? Nö. Die sind plain, okay. Krass. Das ist dann dieses andere, krass, ne? Und der PC da vorne? Ne, darauf, das ist mein Simracing, also das ist nicht mein hauptsächlicher Game-PC, an dem wird quasi nur geraced. Und dafür brauchst du drei Fernseher? Bagger. Ja? Bagger, meine Nachbarn kriegen ja ab und zu mal Besuch, ne? Und, äh, die sind ja so, also meine Nachbarn waren schon mal hier. Ne, die kommen hier rein und dann siehst du schon, wie alles aus dem Gesicht rausfällt. Also die stehen dann da, äh, okay. Also es ist keiner so, dass er sagt, boah, das ist völlig übertrieben, brauchen wir nicht. Und dann waren aber auch schon mal Menschen hier drin, die mit Computern gar nichts zu tun haben. Bagger, die Gesichter werde ich nie vergessen. Das ist dann, das ist dann eher so, äh, die Menschen, die das erste Mal so einen Matrix-Operator bei der Arbeit gesehen haben, ne? So. Bagger, da denkst du wirklich, denen fällt wirklich alles aus dem Gesicht. Mhm. Also wirklich, die, die stehen in dieser Tür. Ja. Und du, du stehst dann da halt, für dich ist das die absolute Normalität. Also, ich, also wirklich, wo ich hingehe und die haben nur einen Computer oder benutzen nur einen Laptop an ihrem Küchentisch, das ist für mich so, the fuck macht ihr hier? Was soll das? Ach, du bist gerade hier im Urlaub, deshalb hast du nur den Laptop dabei. Genau, du bist also im Urlaub oder was soll das hier? Ähm, ja, das, äh, hm. Hm, 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 ja, hm. Das ist schön. Zick. Das könnte zicker sein, ja. Aber es ist halt immer so, also ich weiß ja nicht, ob es dir auch so geht, man will ja immer höher, schneller und weiter. Das habe ich vor ein paar Jahren nicht abgebrochen, aber habe dann da keinen, also ich habe gesehen, wie viel Geld das verbrennt und das mache ich nicht mehr. Also das mache ich noch, ja, ich mache das immer noch, wegen, ja, 3090, 3080, das mache ich immer noch, aber nicht mehr so extrem wie früher. Also so meine, meine, meine Hardcore, ich muss Bleeding Edge, der erste, deren Adlon, deren Slot A CPU von dem Händler jemals gekauft hat, bei uns in der Ecke da. Das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber krass, Respekt. Also ich meine, ist ja auch schön, dass es immer wieder neue Entwicklungen gibt. Aber jetzt mal ganz was anderes. Sowas wie Hydraulik unter deinem, das ist kein, das ist kein Way to go, oder? Also ja, könntest du machen, aber da sind dann die Bildschirme halt problematisch, ne? Also könnte man machen. Ich glaube, mein Kampfgewicht reicht mittlerweile dafür aus. Aber ich sehe mich da einfach nicht, Alex. Das ist, also ich, ich sage mal, ich drücke das mal so aus. Äh, also jetzt vier Stunden fahren an einem Wochenende oder an einem Samstag ist schon, das ist schon echt heavy. Also das ist körperlich wirklich mittlerweile so eine hohe Beanspruchung, dass du wirklich, du bist im Eimer danach. Und nochmal das extra hinzufügen, das stelle ich mir ein bisschen krank vor. Weil ich fahre halt, also ich bin die, die letzten 38 Wochenenden 35 gefahren. Das schafft mein Körper nicht. Und da muss ich halt auch ein bisschen mit dran denken, dass mein Körper das halt auch mitmacht. Weil Pause ist für mich leider keine Option, weil ich das zu gerne mache. Und ich glaube, das wäre, also ich würde es unfassbar feiern und ich würde Hydraulik, würde ich auch gehen so, aber das macht der Körper einfach nicht mit. Das macht der, das macht der, das macht der nicht mit. I see, I see, I see. Nee. Ist für mich aber auch Vierlefanz, also finde ich persönlich. Nur fürs Popometer so. Ja, aber ist es Vierlefanz, dass es an einem Lenkrad Force Feedback gibt? Hm, also du kannst ja so auch schon fahren. Hm. Äh, du kannst ja so auch fahren, das geht ja auch, aber, hm. Äh, ja, nee. Fühle ich nicht. So oder so. Am Ende ist es halt eine Simulations, Simulationsracing, nicht, äh, ne? Also nur noch ein kleiner Schritt zu, ich steige jetzt ein und fahre wirklich, ne? Krass. Dann würde ich, glaube ich, langsam mal darüber nachdenken, ob ich richtig fahre, so. Dann würde ich wirklich darüber nachdenken, ob ich richtig fahre, langsam. Ja gut, aber das ist ja nochmal ein etwas anderer Kostenfaktor, ne? Wie viele Sätze Reifen brauchst du in so einem Rennen dann, in einem echten Rennen? Keine Ahnung, kommt drauf an. Ja, ja. Naja, also GT3 kann ich nicht fahren, das dauert, also bis ich da angekommen bin, das dauert ja ewig. Hm. Ja. Keine Ahnung, also wenn du zwölf Stunden fährst, wirst du auch schon zwölf Reifensätze haben. Okay. Okay. Ja, Alter Nate, ja, äh, ja, ja, genau, wir fahren jetzt mit einem echten Auto. Wie, wie seid ihr raus, weil, 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 weil die Reifen euch so teuer sind. Ja, ist ja nicht nur die, ist ja nicht nur die Reifen, also ich glaube, wenn du selbst in der Kleinklasse fährst, wirst du halt schon genug Knete verbrennen, so. Ja, absolut. Da brauchst du schon ordentliche Sponsoren. Genau, und dann auch für verschiedene Wetterlagen auch noch. Mhm. Scheiße. Oh Mann. Und Sprit kostet dann auf einmal echtes Geld. Ja. Witzig. Ja, Spaß kostet Geld, egal in welche Richtung, ne? Ja, Simracing war schon, äh, war schon toll. Mhm. Bremse, Kupplung, etc., kannst du alles nach so einem Rennen wegwerfen. Ja. Kann sein, ja. Ja, not bad. Also, was hier so meine, meine eigene Weiterentwicklung im Sinne von Hardware und so weiter angeht, äh, also, ähm, ich bin da jetzt gerade an so einem Punkt, bei dem ich schon sehr zufrieden bin und ich könnte mir jetzt eine Menge Baustellen aufmachen und ich habe auch immer wieder neue Baustellen, äh, aber, ähm, ich, ich bin, bin an so einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich sehr zufrieden bin mit dem, was ich hier habe und nutze. Und ich habe keine Leistungs-Performance-Probleme, die jetzt gerade eine weitere, ähm, ja, also, ich muss jetzt kein Geld ausgeben, um irgendwelche Probleme zu lösen. Also, beispielsweise, wenn ich jetzt Snap Camera nutzen wollen würde, dann müsste die Software halt nur mitgeteilt bekommen, also, sowohl OBS als auch Snap Camera, du darfst nur diese Kerne benutzen und du darfst nur diese Kerne benutzen. Da gibt es ja Process Lasso, zum Beispiel, um das einzurichten, ne, also, das kriegt man ja in den Griff, ohne dass jetzt die, äh, das Encoding überlastet wäre. Ja. Und, äh, und, und, und für alle anderen Sachen, da sehe ich jetzt gerade nicht, also, ich möchte jetzt demnächst endlich wieder mehr, noch mehr Kameras einbinden, ne, also, das ist jetzt hier, äh, ganz nice, aber ich muss erst mal meinen Raum halt erst mal fertig kriegen und jetzt steht nochmal von, äh, von jemandem noch ein, noch ein Umzug an und das hat auch eine höhere Priorität, als jetzt hier so ein bisschen rumzuräumen, so, ne, schauen wir mal. Aber, aber wie gesagt, das nächste, was für mich erst mal aufsteht, äh, ist hier nochmal ein neuer Primärmonitor, der, äh, dann hoffentlich richtig einen raushaut und ich hoffe, dass der Anfang des Jahres rauskommt und, äh, dann würde ich mir den bestellen. Das wäre dann mein nächstes großes Ding. Nö, ich nicht. Aber 55 Zoll Fernseher, drei Stück OLEDs, ich habe gerade von, äh, Dadle ein Bild geschickt bekommen, ähm, das sieht schon, also, ja. Wo ist das drinnen? Kann man das sehen? Ich schicke dir das mal in, warte, ich kann das in deinen, äh, äh, darf ich das in deinen, äh, Link in deinen, äh, in deinen Chat posten? Ja. So. Ah, das ist Quirk, ja. Genau. Da, da geht der Trend gerade los, ja. Ja, sitzt da halt drinnen. Aber da bist du im Auto. Jetzt bei, bei seinem Bild, liegt das nur an dem, äh, Winkel, wie es fotografiert ist oder, oder sind die Fernseher einen Tacken zu hoch, dass sie so fünf, sechs, zehn Zentimeter tiefer könnten? Ja, das Problem dabei ist, und ich glaube, das ist auch keine schöne Lösung und das ist auch das große Hindernis, normalerweise solltest du deine Wheelbase hinter dem Fernseher stecken. Ja. Bei ihm ist das aber so, seine Wheelbase ist unter dem Fernseher. Und dadurch, ja. Und, äh, er kann die Fernseher quasi nicht mehr runter machen. Das wäre für mich völlig inakzeptabel. Aber, dafür habe ich schon eine Lösung gefunden, das kannst du mit der Längsstange machen. Und dann kannst du quasi deine Wheelbase nach hinten verstecken. Mhm. Und dann kannst du die weiter, weiter anklappen, quasi, und dann kannst du die runterlassen bis auf die Längsstange. Also so, dass dir so ein Stück über die Längsstange drüber ist, quasi. Ja. Ja, also normalerweise so ist auch nicht schön, finde ich persönlich. Aber vielleicht war das auch einfach seine, seine Lösung, die er dafür gefunden hat. Also, toll finde ich es nicht. Nee, ich würde es auch tiefer hängen. Meine hängen viel tiefer. Crazy. Absolut crazy. Ja, aber, aber krass, wie sich so, wie sich so verschiedene, ähm, Szenen weiterentwickeln, ne? So, ob das jetzt hier, äh, das Simracing ist oder ob es einfach nur um das, äh, das, das, äh, profane Thema Streaming halt irgendwie geht. Ja, Leute sind erfolgreich beim Streamen, indem sie einfach nur mit ihrem Handy rumlaufen und irgendwas machen. Und andere, und andere stecken da irgendwie tausende von, von Euros in solche Systeme und, und, und erweitern sich das immer, immer mehr und brauchen noch eine Kamera und noch eine Capture Card und noch einen stärkeren PC. Also ich glaube, jetzt, um das mal runterzubrechen, wieder zum Anfang zurückzukommen. Also ich glaube, wenn du, ähm, ein Upgrade machst innerhalb der, äh, der, äh, also ich glaube nicht, dass du ein Epic, äh, CPU brauchst. Kann ich mir, kann ich mir beim besten nicht vorstellen. Ich denke, wenn du mit den PCI Express Lanes klarkommst, auf Threat River Basis, wirst du alleine durch ein neues Mainboard, äh, neueren, frischeren Chipsatz und, ähm, eine etwas stärkere CPU wirst du damit wahrscheinlich super auskommen. Denke ich mir zumindest. Wenn das mit den PCI Express Lanes reicht. Ja. Crazy. Also man kann schon Spaß haben. Ja. Definitiv. Definitiv. Manchmal, manchmal wünsche ich mir, ich wäre so groß wie Monte und Geld würde keine Rolle mehr spielen. Ja, das wäre schon cool. Also manchmal so für einen Monat oder so, weißt du? Ui. Aber ich habe so... Ich meine, den Stress, den Monte hat, den willst du halt nicht haben, aber... Ja, diese Vorzüge mal zu genießen, mal für ein... Und wenn es nur für einen gewissen Zeitraum ist, das wäre schon bestimmt schon ziemlich geil, ja. Ja, nochmal einmal so alles overhaulen, weißt du? Mhm. So wirklich alles komplett overhaulen. Alles so richtig schnieke und geil und schön und... Also ich meine nicht, dass es nicht schön ist, aber so richtig schön auf die Kacke hauen, das wäre es. Das Problem ist halt immer, egal, wenn du fragst, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Nee, das Ding ist, man gewöhnt sich so schnell daran, weißt du? Ja, das auch, das auch. So, ich meine, damals, als ich mir den Schreibtisch gekauft habe, weißt du, so diese krassen Momente, wo du einfach so vier Bildschirme hattest und du hast das abgegradet und du hast hier so einen schönen Touch-Bildschirm hingesetzt und dann hast du hier ein fettes Milchpult geholt, Kompressor gekauft. So, das waren alles so diese Momente, oh, mega geil. Und dann hast du es nochmal zusammengebaut und dann fandst du es geil, dann hast du es nochmal zusammengebaut, dann kam da wieder was dazu und dann war das keine schöne Lösung mehr. Dann hast du das da zusammengebaut und das war auch irgendwann mal geil so, jetzt willst du auch nochmal ein bisschen overhaulen. Und wenn ich mir überlege, manchmal kommt mein Kumpel Stuhl vorbei und der hat immer so Schnapsideen, der sagt dann immer so, oh, Dizzy, komm, lass mal Rick umbauen so. Und dann kam er letztes Mal an, ich könnte ihn heute noch verfluchen und schlagen dafür, aber es war wichtig, da normalerweise, ich habe meinen vierten Monitor, habe ich am Rick dran gehabt und der Arm war aber zu kurz, so eine kleine Ecke versteckt war hinter dem mittleren, der oben drüber hängt. Ja. Und dann hat er gesagt, lass uns den noch an der Wand anbauen und dann bauen wir den Sitz nochmal um und dann schieben wir wirklich die Wheelbase hinter den Monitor und dann machen wir dies und das und jenes. Es hat so lange gedauert, ne? Also es war wirklich eine verfluchte Pain in the Ass, das zu machen. Also es hat wirklich drei, vier Stunden hat es gedauert, das umzubauen, aber es war einfach irgendwie schöner danach. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, so, jetzt könnte man nochmal, so, weißt du, jetzt kann man nochmal. Jetzt könnte man nochmal, jetzt könnte man da nochmal ran. Weil die Strippen sind einfach so, hm, nee, geht nicht. Das geht nicht. Jetzt könnte man das nochmal auseinander bauen. Ich bin immer so unzufrieden. Also nach einer Weile geht es bei mir los. Dann könnte ich wirklich alles auseinander dreschen. Ja, aber das ist schon, das Gras auf der anderen Seite ist grüner. Oder du willst dein Gras noch ein bisschen mehr pimpen oder so. Das ist ganz normal. Das ist wie mit dem Weihnachtsbaum so. Ich habe mir gedacht, alle haben Weihnachtsbaum, meiner muss grasser sein. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Das war einfach nur so, hier bei uns war das dann so ein Ding so, ja, Weihnachtsbaum könnte man ja, machen wir dann nächstes Jahr. Und ich habe gesagt, nee, lass doch dieses Jahr. So, ne? Und dann einfach geholt, aufgestellt eben kurz. Ich meine, es ist ja kein großer Aufwand jetzt so in dem Sinne, ne? So mit dabei. Und ja, wenn dein Baum smarter gewesen wäre, mit ansteuerbar, das wäre der Shit gewesen, ohne Scheiß. Da wäre ich jetzt auch sehr neidisch. Ich bin jetzt, ich finde deinen Baum mit den Farben, das sieht viel neutraler aus. Also es passt viel besser in die Umgebung mit rein. So, ne? Das finde ich bei meinem jetzt ein bisschen blöd. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, den Aufpreis zu deinem hätte ich nicht ausgeben wollen. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Ja, vielleicht gibt es dafür noch eine Lösung. Man muss vielleicht noch ein bisschen tiefer, tiefer graben sozusagen. Ja. Ja. Absolut. Absolut. Nächstes Jahr, glaube ich, werde ich mehr, also, man muss sich ja immer verbessern von Jahr zu Jahr. Zumindest muss es vorwärts gehen. Ob das wirklich immer eine Verbesserung ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber zumindest muss man in Bewegung bleiben, ja. Ja, 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 ja. Es wäre ja so ein Schade. Oh. Jetzt ein eigenes Büro, weißt du? So ein Haus bauen. Keller haben. Das ist du. Ich habe schon Zeichnungen gemacht, so. Für mein eigenes Büro, in meinem eigenen Haus, meinen Keller. Ja, alles, alles schon, alles schon geplant. Steckdosen, Sicherungskassen, alles. Okay, also du hast von deinem kompletten Haus, jetzt schon mal dein Büro, Schrägstrich, Streaming-Ecke, hast, okay, ja. Habe ich schon geplant. Alles andere ist mir eigentlich völlig schnuppert. Ja. Den Keller habe ich schon. Küche, Küche, mach mal. Und ja, andere Zimmer, ja, ist egal, ist egal, ne. WLAN muss ich haben. Aber, aber die Ecke hier, wo ich meine PCs aufstelle, das muss so. Fackert, das ist alles so Steckdosen schon, Kabelkanäle, alles. Alles schon mal aufgezeichnet. Wie so ein Irrer. Einfach nur, damit man das schon mal, nur mal, schon mal gemacht hat, so. Ich verstehe. Ja. Ja, also der Sicherungskasten war schon ganz gut. Also drei, drei Sicherungs, äh, nur drei Sicherungen für Steckdosen, da war ich schon, äh. Da kriegt jeder Schreibtisch eine eigene Sicherung. Ja, aber, pass mal auf, aber das ist ja auch nachvollziehbar, ne. Wenn du da viel Technikscheiße draufstehen hast, dann macht das ja auch absolut Sinn. Vor allen Dingen, wie geil ist das denn, wenn du, sagen wir mal, du bist live mit deinem Game-PC und dann sagst du, zack, oh, fuck, die Sicherung ist rausgeflogen. Ne, Dizzy, wir sehen dich noch, du bist noch live. Ja, aber die Sicherung von diesem Schreibtisch ist rausgeflogen. Ja. Das wäre witzig. Absolut. Aber das geht ja auch nicht mehr, weil da hängt ja schon eine USV vor. Also es geht nicht mehr, theoretisch. Also hier ist ja alles abgesichert in dem Raum. Die Sicherung kann ich nicht mehr rausballern. Alles safe gemacht mittlerweile. Sag mal, was steht denn da eigentlich links hinter dir, also von, über deine rechte Schulter, dieses rote... Das hier? Das ist ein, äh, das ist ein Lego, also, ne, ein Blue Bricks, ne, ein Kada, äh, Kada heißen die Klemmbausteine, äh, Ferrari 488 GT3. Ah. Das ist ein, ein, äh, Ferrari. Ist das ein streambares Projekt oder eher privat? Ne, das ist, das soll zum Stream sein, deswegen steht es ja da. Ah, verstehe, schon mal zum, zum Nachfragen, zum Interesse, zum Interessierte wissen schon mal, was da los ist. Das ist ja da hinten, also da, der Weiße, das ist der Nissan, also der, den du auch fahren kannst, der GT3, das ist der Ferrari und, äh, meine, mein Plan war es ja irgendwann mal die Ecke, wo der Weihnachtsbaum jetzt steht, da steht normalerweise eine Katzentonne und ich würde da gerne so irgendwie was Regaliges hinmachen, damit der Hintergrund halt ein bisschen belebter ist und ich möchte gerne meine, äh, meine Lenkräder zum Beispiel auch an die Wand hängen und dann möchte ich von allen GT3-Autos dort, äh, diese Modelle stehen haben, beleuchtet. Ja. Ja. Einfach nur Deko. Ah, verstehe ich. Weil so nach einem Jahr reicht es jetzt auch wieder. Ich kann dieselben Bilder nicht mehr sehen, ich kann mein altes Logo nicht mehr sehen, es reicht schon, muss wieder, muss wieder was anderes her. Es ist halt, wenn man jeden Tag, äh, wenn man jeden Tag da dranne sitzt, ist das halt irgendwann so, ach ja. Weißt, was du meinst? Naja, du sitzt halt jeden Tag mehrere Stunden hier drinnen so, dann gehst du rein, die ersten, das erste halbe Jahr denkst du so, geil, mega, coolio, dann guckst du, äh, guckst du acht Stunden halt deine eigene, deine eigene Visage in der Preview an, also jetzt nicht komplette acht Stunden, aber du guckst halt immer rein, denkst du so, hm, okay, hm, naja, aha, das machst du ein Jahr und denkst so, naja, jetzt können wir auch mal Tapetenwechsel machen. Also wir haben in der Werbefirma damals den Kunden immer geraten, wenn, wenn, weil die natürlich auch öfter mal was ändern wollten an dem Logo, Design, dies, das und so weiter, dass nur weil sie das schon so ein bisschen überdrüssig geworden sind, diesem, diesem Design mäßig, dann haben die Kunden vielleicht das teilweise noch gar nicht wahrgenommen, weil sie nicht so oft mit dir zu tun haben oder sowas. Beim Streaming sieht das natürlich wieder anders aus, weil du deine, deine Userbase, deine Core-User sind ja sowieso jeden Tag da, da ist das natürlich schon deutlich schnelllebiger, ne, aber, ja, aber es ist halt Deko, ne, wie du es machst, wie du es machst, so und dann, ich bin sowieso mal gespannt, ob dieser, äh, ich sag jetzt mal RGB-ige Trend, so, dass, dass der Hintergrund so krass leuchtet und farbig ist und so weiter, ob das jetzt noch länger anhält oder ob das so langsam auch vielleicht in andere Richtungen abdriftet, so minimalistischer oder, ähm, keine Ahnung. Ich denke, so holzige Sachen, warme Töne wären, äh, das Ding wären, das, was zum Beispiel Kalle hat gerade, Kalle Kuschinski. Was habe ich nicht gesehen? Sehr dunkles, sehr warmes, warm Hintergrund mit so, diese, so Vintage-Dingen, ich glaube, da wird's hingehen jetzt. Oder auch so, so Studio-Style-mäßig von, äh, von Sascha, ich denke, das ist auch so der, der Weg. Also, ich sag mal so, das Monte-Ding wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen, weil das einfach too much ist, also zu teuer, meine ich. Ja. Ähm, aber da gibt's ja auch in die Richtung auch schon sehr minimalistische, sehr, sehr, wie sagt man, sehr straighte Sachen, wo die Wände halt schön dekoriert sind. Bei Kräuterbutter zum Beispiel hat hinten so eine, so eine Holzwand und so, ich denke, so in die Richtung wird das gehen, ja. Oder Butter auch der erste oder der einzige, der mir direkt einmal einfällt, der seine, seine Cam sozusagen im Hochformat, ähm, einbindet beim Spielen. Ist auch sehr interessant. Auch sehr interessant. Ich spiel gerade so mit dem Gedanken, wenn ich nochmal umbaue, äh, diese, ich glaube, DBX-Lichter heißen die? Mhm. Ja, die, DBX ist ja die Schnittstelle, ne? Ja, genau. Und, äh, da gibt's auch so wunderschöne Lightbars, die hat Sascha. Ach, die fühl ich auch mal. Oh, die fühl ich aber richtig doll schon. Die fühl ich schon seit Jahren, aber irgendwie, Sascha hat mir immer so ein bisschen so ein Kantholz zwischen die Beine geworfen, dass das übelst schwierig ist. Ne, DMX, Entschuldigung, DMX. Und, äh, Sascha hat mir so ein bisschen immer den Keil, äh, reingetrieben, dass die Dinger zu doll sind. Aber, ja, da, da träum ich schon wirklich sehr lange von, dass meine ganze Wand hinten oben an der Decke diese Dinger dran hat. Und dann aber auch hier so unter dem Tisch, dass der Boden auch diese Striche hat, weißt du? So, da träum ich, also da hab ich schon wirklich sehr lange, äh, liebäugel ich damit schon. Hast du dann aber auch schon, äh, voll den Club am Start, ne? Also das ist Club 100%. Du, ganz ehrlich, ich fühl das voll. Also ich bin da voll, voll so, mir wär am liebsten, wenn die Keylights von Elgato auf 5% laufen und von vorne einfach auch du bunt beleuchtet wärst, so. Das würd ich richtig fühlen. Also das kann einfach nicht genug sein, was die Kamera quasi, äh, ausgibt. Also ich meine, ich hab ja jetzt schon viel, aber das ist noch nicht, das wirbt noch nicht genug. Du bist noch nicht in deiner endgültigen Form angekommen, ja. Ich bin noch nicht in deiner endgültigen Form angekommen, ja. Weil ich muss, ich muss ganz, ich muss wirklich gestehen, also so, wo, so, so schön Philips Hue ist, ich weiß nicht, wie die Elgato, äh, Stripes sind da, aber so schön das auch ist, sag mal, da ist mir nicht genug Bums drauf. Ähm, die Elgato Stripes sind okay, aber die sind nicht dafür da, um deine komplette Wand anzuleuchten, dafür sind die nicht hellgelaufen. Ja, ja. Ja, also die sind cool. Ich hab die hinten zum Beispiel jetzt gerade, ähm, testweise seit ein paar Wochen hinten an meinem, ähm, äh, Schreibtisch dran und wenn ich nicht live bin, also die sind jetzt permanent an, aber wenn ich nicht live bin und hier die ganzen Keylights außen und alle andere Beleuchtungen halt irgendwie außen, dann leuchten die sozusagen indirekt die, die Wand an, also die leuchten die Wand natürlich direkt an, aber ich bekomme das Licht ja indirekt dann mit und, äh, die kannst du auch auf RGB stellen, in verschiedene Farben natürlich, logischerweise, ähm, und das ist auch okay, aber gerade für die Kamera reicht mir das nicht aus, also das ist dann dann zu wenig, ne? Naja. Aber wie du schon sagst, ne, diese, 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 die MX, ähm, ähm, mäßigen, äh, Strahler, was brauchst du dann wieder? Brauchst du ein Lichtmischpult, oder? Nö. Kannst du die direkt, ähm, wie, wie schließt du dir einen PC an? Wie steuerst du die an? Ich glaub, du kannst, es gibt da, äh, USB-Klinke, äh, Module, und dann, also, und dann gehst du da rein. Also ich, dann programmierst du das über die Software, was der wann machen soll, und dann gehst du da rein in die Orgel. Also ein Interface. Ja. Mhm. Ich hab' mich damit leider noch nicht so wirklich richtig auseinandergesetzt, aber ich hab' schon, ich hab' so'n Traum, verstehst du? Ja, ich versteh das, ich versteh das. Und der Traum ist so, so diese, das von da drüben bis da hinten bei den Alerts so Lichter durchwandern. So, weißt du, zack, 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 wie so'n Klavier. Und das, ich, oh, ich möchte das schon seit Jahren haben, aber Sascha hat mir leider immer so'n bisschen, Sascha hat mir immer so'n bisschen den Keil da reingetrieben und hat gesagt, boah, Mager, das ist echt wild so. Und deswegen hab' ich mich noch nie damit so, äh, auseinandergesetzt. Aber diese, diese, diese Bars, diese LED-Bars, die sind, glaub' ich, gar nicht so teuer. Und die Strippen ziehen und so ja auch nicht so wild. Aber ich hab' mich da noch nie so wirklich, äh, ja. Ich hab' gerade nach dem Ding gesucht, was im Chat stand, äh, das Light, äh, das ist ja dann quasi nur ein Interface für ein Licht, wenn ich das richtig verstehe, ja? Also, und das Ding kann man nur eins anschließen, korrekt oder nicht korrekt, Chat? Das Ding würde schon mal hierbei, äh, äh, so um die 180 Euro, so unter 200 Euro kosten. Ein Ding, plus das Licht. Du kannst die Daisy-Chain über, äh, XLR-Kabel. Okay. Also, du kannst da, ich weiß nicht wie viel, aber du kannst die Daisy-Chain. Du gehst in den einen rein und dann, 512 Kanäle haben DMX. Also, du kannst schon, äh, ja. Das ist schon viel. Mhm. Für ein bisschen buntes Licht. Äh, jetzt hör mal auf, Junge. Ey, das hab' ich so, seitdem ich das bei Sascha gesehen hab', wie geil das bei ihm selbst auf, auf, äh, selbst auf Akustikmatten aussieht. Also, wie, wie das rauspoppt, das Licht. Ah. Einfach schön so. Das ist einfach so eine Sache, die find' ich so schön. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich hab' mich da noch nie so mit, äh, befasst und auseinandergesetzt und, äh... Weißt du, ich hab' mich früher mal gefragt, wie kann Dr. Disrespect, äh, die ganze Zeit immer mit so einer dunklen Sonnenbrille streamen, ne? Und dann hieß es ja, ja, seine Monitore lässt ja auf 100% Licht, äh, Helligkeit laufen und so was. Das geht schon, das geht schon. Aber jetzt hab' ich dir mal, du hättest so viel Licht bei dir. Da musst du irgendwann eine Schutzbrille tragen, weil du sonst irgendwie eine Netzaudablösung hättest. Na, du musst mal überlegen, wenn der von Greenscreen tritt, wie der ausgeleuchtet sein muss. Da siehst du keine Schatten. Der ist superfein ausgeschnitten. Sein Greenscreen ist wirklich gestochen, geschissen, starrt, da fizzelt gar nichts dran, ne? Also da ist richtig Licht an. Mittlerweile ja, früher nein. Früher, da war das auch so ne, so ne Bastelfuckel-Lösung, ne? Ja, aber jetzt so mittlerweile, da geht einiges. Ich hab' da schon lange nicht mehr reingeschaut. Ich, also, ich, seitdem er auf YouTube ist, bin ich da, hab' ich, hab' ich das, äh, den Kontakt da gebeten. Das ist, hier, ähm, 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 wenn Streamer zu YouTube wechseln, ich find' das grundsätzlich nicht schlimm, ne, Abwanderung ganz normal, aber, ähm, die, ich verliere dann komplett immer den Kontakt dazu, selbst wenn's mich vorher interessiert hat. Einfach, weil ich, weil ich mehr hier inselmäßig auf meiner, auf der Twitch-Plattform unterwegs bin. Ja. Normal. Ja, da ist halt, das ist ja ein ganz anderes Production-Value, was da, also, das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Also, Kokanich hat ja früher schon, der hat ja auch seine eigenen, äh, eigene Firma da im, im Hintergrund, aber Dr. Düsseldorf hat einfach das ganz andere Production-Video, was da läuft. Also, pfff, das ist crazy. Das sind auch Maßstäbe, da brauchst du richtig viel Zass dafür. Das geht gar nicht unter, da, da arbeiten so viele Leute dran, mit seinen ganzen Szenenübergängen und die Buden, in der er drin ist, da werden die ganzen Overlays für ihn gemacht, so, die ganzen Videos, das ist einfach richtig krass. Ja. Das ist richtig krass, ja. Da kommst du, glaub ich, als Einzelperson gar nicht hin. Also, da kannst du auch nicht fünfmal die Woche, sechsmal, siebenmal die Woche streamen, das geht nicht. Da geht zu viel Zeit bei drauf, ja. Da brauchst du mindestens, also, ja. Punkt. Einfach ja. Einfach ja. Ja, ich mein, der war der Erste damals, der so richtig verrückte Übergänge, Szenenübergänge und sowas alles gebaut hat, ne. Also, der, der hat auch auf jeden Fall einen sehr spaßigen PC am Laufen, ne, damit das alles funktioniert. Das ist schon toll. Das ist schon richtig toll. Finde ich aber auch gut. Also, finde ich sehr, sehr schön. Ich erinnere mich noch an Kokanitsch damals, der hat das auch, der ist auch in das Game reingegangen. Der hat wirklich für jedes Spiel ein eigenes Overlayer gehabt. Mhm. Aber nicht nur so ein statisches, sondern wirklich animiertes. Und das hat er heute noch. Da sitzt halt wirklich explizit jemand dahinter, der nur die Dinger baut. Das ist einfach, also, das ist logistisch auch schon so ein kranker Aufwand, in seinem OBS das alles einzuflegen und da zu haben, das ist einfach crazy. Das ist total abgespacede Scheiße. Also, wenn ich mir überlege, was jetzt ein Cutter kostet für YouTube, der deine Videos baut, dann willst du nicht wissen, was da derjenige kostet, der da im Hintergrund das alles für dich macht, so. Das völlig, völlig. Ja, du, ganz ehrlich, wenn du am Ende jemanden hast, der Fulltime für dich arbeitet, ist das halt ein Fulltime-Job. Ja, na klar, aber überleg mal, der eine, der Fulltime das alles macht, das ist schon eine Menge Zeit, die da drauf geht. Jetzt überleg mal, wie oft du deine Games wechselst und so weiter und so fort. Das ist schon wild. Also, da brauchst du halt nachher auch schon Planung und alles, ne? Also, das ist denn schon so, das sind schon, das ist denn nicht mehr so deine Daily-Stream-Routine, so. Weil du musst halt Monate vorplanen. Boah, das würde ich gar nicht mal so sagen. Doch, na klar, die ganzen Games und so. Ah. Ah. Also, ich möchte das gar nicht schlechtreden. Ich finde das auch sehr, sehr cool. Ich weiß, dass wir auch im deutschsprachigen Bereich damals einige Leute hatten, die dann ein Overlay für Horrorspiele hatten, ein Overlay, dann kam ein neues Spiel raus und dann hat man sich ein Overlay von, keine Ahnung, Stream-Elements oder Streamlabs damals noch halt irgendwie da benutzt, weil das halt so angepasst war. Dann gab es für Apex Legends, gab es dann auch eigene Overlays sozusagen, ne? Mit Alerts und so weiter. Und ja, kann man machen, klar, keine Frage. Aber dann stellt sich halt dann genau diese Frage, willst du das für jedes Spiel haben oder halt nur für dein Main-Game oder orientierst du dich daran? Bei PUBG gab es das ja auch. Es gab ganz, ganz viele verschiedene Alerts und dann auch bei den typischen Seiten wie Nerds or Die, äh, mit den, mit den, äh, mit Overlays und Alerts zusammen, die man dann kaufen konnte, die dann so angelehnt waren, ne? Ey, das suche ich halt auch schon seit, seit irgendwie gefühlt Jahren, äh, suche ich jemanden, der, der das kann. Ich glaube, CSS ist das, ne? Der das kann, damit ich endlich mal was Eigenes habe. Oh Gott. Also CSS sind nur Cascading Style Sheets. Also das quasi, äh... Ja, halt einfach mal vernünftige Alerts suche ich schon seit, seit, seit Jahren, weil ich diese, die Templates irgendwie nicht haben möchte. Ich hab noch nie wirklich jemanden gefunden dazu. Ich hab da auch noch so ein, zwei Dinge. Das ist bei mir auch schon seit Jahrhunderten eine Baustelle. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe sehr gut. Aber... Es ist übrigens TV8. Ich wollte es gerade sagen, wir müssen langsam zum Ende kommen. Sagst du Tschüss heute? Also große, das große Endwort? Das große Endwort ist heute bei mir gar nicht so groß, denn, äh, wir hatten am Anfang ein bisschen technische Probleme, äh, mit wahrscheinlich Discord und, äh, haben dann uns, äh, sehr lange über Dinge unterhalten. Und ich dachte eigentlich, wir reden heute ein bisschen über Autos wegen deinem Verlust. Es tut mir sehr leid. Danke. Und, äh, mit diesen, mit diesen, äh, bedeutungsschwangeren Worten bedanke ich mich nochmal herzlich bei jedem, jeder einzelnen lebenden, atmenden Seele, die uns an ihren Empfangsgeräten, äh, eure Zeit geschenkt hat, die Zeit geschenkt hat und, äh, ja, ich bin raus. Tschüss. Bis nächste Woche. Bitte, es gehört dir. Soll ich dir noch einen Witz erzählen? Bitte. Ich hab heute nach drei Jahren das allererste Mal das Auto vorwärts eingeparkt. Zum Abschied. Ich hab mein Auto noch nie vorwärts eingeparkt. Heute hab ich das das erste Mal getan zum Abschied. Soll ich dir noch einen Witz erzählen? Ich hab zu nah geparkt. Die Frau konnte von dem Auto keine Fotos machen. Sie musste wieder zurückfahren. Ja, liebe Kinder, parkt man dir nicht vorwärts ein. Ja. Aber ich hab's getan. Das war ein sentimentaler Moment so. Ich hab gedacht, ach komm, jetzt orgel ich den vorwärts rein. Jetzt orgel ich den vorwärts rein. Wenigstens ein einziges Mal in drei Jahren nach 45.000 Kilometern. Zack, vorwärts reingefahren. Ja, tut mir leid, junger Mann. Aber wir müssen das Auto leider nochmal wieder zurücksetzen. Ja, mit diesem Worten, Chad. Schön, dass ihr da wart. Und alle Zuhörer an dem Podcast. Gebt uns Feedback, Themenwünsche. Wir haben uns heute, glaube ich, fand ich heute sehr schön, ehrlich gesagt. Also wir haben echt viel zu erzählen gehabt irgendwie. Haben uns gut durchgeleiert, ohne was Festes zu haben. Das war sehr toll. Und ich würde mich sehr freuen, euch nächste Woche wieder um 18 Uhr begrüßen zu dürfen. Zur nächsten Weihnachtsepisode sozusagen. Und sage Tschüss, Dankeschön Refunix, dass du dir auch die Zeit genommen hast, noch extra schnell hier reinzukommen ins Teamsweek, um das aufzunehmen. Nochmal an alle Podcast-Hörer, sorry, dass die Folge ein bisschen abgehakt ist oder ein bisschen kaputt ist. Ging nicht anders, wie gesagt, aufgrund von technischen Problemen. Und ich sage Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss, Müs. Tschüss.